Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Das Hintenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Ziel aus. Und der Dolphys Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Nein, es gab ganz einfach Gespräche. Und die Gespräche sind nicht dahin gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und dann ist es besser, wenn das da nicht im Moment passt, dann sagen wir das lieber ab. Und in der momentanen Situation, wie auch der Verein da aufgestellt ist, da passe ich da nicht rein. Und deswegen die Entscheidung, ihn lieber rechtzeitig da abzusagen. Jürgen Klinsmann sagt dem VfB ab, es passe in der aktuellen Konstellation einfach nicht. Hier bei STR passt es dafür umso besser. Und damit herzlich willkommen zur 69. STR-Folge am 126. Geburtstag des VfB Stuttgart. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Sebastian, hast du dich inzwischen schon an die neuen Temperaturen gewöhnt? Du bist ja gestern erst aus Italien wieder nach Hause gekommen. Ja, schwierig. Also es war echt schwierig. Wir sind gestern Morgen, gestern Mittag losgefahren. Da waren es schon für die Riviera Kühle 23 Grad. Aber spätestens, als wir dann irgendwie in San Bernardino vorm Tunnel im Stau standen und das Thermometer zeigte 8 Grad an, da wussten wir dann, was uns blüht. Und es wurde dann auch nicht mehr viel mehr und heute Morgen waren es dann hier 12 Grad und Regen. Das war schon relativ ernüchternd. Also mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden und die Vorhersagen sind ja auch ganz vielversprechend. Aber ja, es war schon so ein kleiner Klimaschock. Musstet ihr euch unterwegs umziehen? Haben wir nicht gemacht. Wir sind ja auch relativ später erst. Aber wir waren dann am Bodensee kurz noch beim McDonalds, um da schnell was zu essen in Lindau. Da hat es geschüttet und war kalt. Und wir sind echt dann so in kurzer Hose und T-Shirt halt dann da reingerannt und das war schon ein bisschen komisch. Also das war irgendwie nicht, als ob man in ein anderes Land zurückkommt, sondern auch in eine andere Jahreszeit. Irgendwie im Sommer losgefahren und im Herbst angekommen. War schon relativ abgefahren. Ja, das klingt irgendwie nach der üblichen Geschichte des VfB Stuttgart-Trainer der letzten Jahre. Man fährt im Sommer los, sprich die Leute sind total euphorisch. Und man hofft, dass das endlich die Saison ist, in der sich der Verein stabilisiert und einer großen und vor allen Dingen erfolgreicheren Zukunft entgegen geht. Und dann kommt der Herbst und meistens findet dann diese Aufbruchstimmung ein jähes Ende. Ganz so schlimm sieht es ja aktuell für unseren Trainer Tim Walter definitiv nicht aus. Ich glaube, der sitzt relativ fest im Sattel. Aber es gibt ja schon ein paar Themen, über die man jetzt sprechen kann, die dann den Herbst trotzdem, ich sag mal, dominieren könnten und vielleicht auch nicht ganz so positiv daherkommen. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, damit das alles einzuordnen. Das möchte ich heute mit dir gemeinsam machen, denn unser Schwerpunkt liegt heute auf dem Thema Vereinspolitik. Insbesondere natürlich mögliche Präsidentschaftskandidaten für den neu zu wählenden Präsidenten dann am 15.12. Es gibt ja nicht allzu viele Informationen, ein paar gibt es dennoch, ein paar Kandidaten, über die man sprechen kann, mögliche Optionen, über die man sprechen kann. Dann gibt es natürlich noch das Thema Vorstandsvorsitzender. Es gibt natürlich auch noch das Präsidiumsmitglied, das gewählt werden muss. Wir erinnern uns alle, das sollte eigentlich auf der ordentlichen Mitgliederversammlung vor ein paar Monaten gewählt werden. Werner Gass und Rainer Mutschler standen da zur Auswahl. Auch das wird am 15.12. noch ein Thema werden. Und über das alles wollen wir heute so ein bisschen sprechen, wir beide. Und natürlich später dann noch über die anstehenden Tagesgeschäftsaufgaben, die unsere heißgeliebte Mannschaft, möchte ich fast schon sagen, am kommenden Wochenende dann absolvieren muss. Gut, Sebastian, also stürzen wir uns mal direkt rein. Und das fällt mir schon fast ein bisschen schwer, weil ich wirklich nicht so richtig weiß, wie ich dieses Thema greifen soll. Fangen wir am besten damit an, welche Kandidaten sich bislang aus der Deckung gewagt haben. Also es ist ja so, bis zum 15.9. haben Vereinsmitglieder die Möglichkeit, sich für die Position als Präsidentschaftskandidaten zu bewerben. Es gibt natürlich ein paar Hürden, die man da vorher nehmen muss. Zum Beispiel muss man ein Wirtschaftsunternehmen geleitet haben. Man muss natürlich Vereinsmitglied sein. Also es gibt da einfach so ein paar Vorgaben, die man erfüllen muss. Und dann entscheidet der Vereinsbeirat, ob man letzten Endes zugelassen wird als Präsidentschaftskandidat, beziehungsweise vorher findet noch ein Casting statt. Am Ende entscheidet der Vereinsbeirat oder entscheidet sich für zwei Kandidaten, aus die wir dann auswählen dürfen am 15.12. bei der Mitgliederversammlung. So, soweit sollte es eigentlich schon jeder mitverfolgt haben. Und jetzt kommen wir eben zu den Kandidaten, die sich eben aus dieser Deckung schon gewagt haben, von der ich gerade gesprochen habe. Da wären zum einen Matthias Klopfer, über den wir ja auch schon gesprochen haben, Oberbürgermeister von Schorndorf und bislang VfB-mäßig relativ unvorbelastet, möchte ich mal so sagen. Ja, was halten wir denn für Matthias Klopfer, Sebastian? Er war ja der Erste, der sich relativ schnell nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich geäußert hat, dass er es machen würde. Das hat man ja am Anfang vielleicht so ein bisschen belächelt, weil man dachte, der ist Oberbürgermeister von Schorndorf. Das ist jetzt keine Riesenstadt, aber auch kein Dorf. Also der wird schon genug zu tun haben. Und wenn man sich so ein bisschen auf seiner Homepage und seinem Profil dann umguckt, der hat halt wirklich eine Menge Posten, Aufsichtsrat hier, Vorstand da. Also der hat schon ganz gut zu tun, sagt aber mit einem guten Team kann er auch das VfB-Präsidentenamt noch wuppen. Und ich finde, je länger dieses Versteckspiel dauert, wer zeigt sich, wer sagt, er möchte, wer macht es nicht, umso erfrischender finde ich, dass jemand, der auch was zu verlieren hat, auch einen Ruf zu verlieren hat, sehr schnell gesagt hat, hey, ich würde es machen, wenn ihr mich wählt. Also wirklich auch ohne Angst, die ja viele andere, glaube ich, haben, wenn sie jetzt antreten und sie sagen, hey, ich mache es und dann kommt dann um die Ecke halt ein Weltmeister von 1990 und sagt, hey, ich würde es auch machen, dann steht man natürlich als OB von Schorndorf vielleicht nicht mehr ganz so gut da. Und ich denke, es sind halt relativ viele Kandidaten, die so erstmal abwarten, wer sich denn noch, wer seinen Hut noch in den Ring wirft, um erstmal ihre Chancen abzuchecken. Und da finde ich sehr erfrischend, dass er sagt, ich würde es machen, egal wer noch kommt, aber ja, ich würde es machen und wenn wir uns halt immer so ein bisschen streiten, ob es jetzt jemand aus der Wirtschaft sein soll oder einer aus dem Sport, ist vielleicht auch jemand dann aus der Politik ein ganz guter Mittelweg, muss man abwarten. Das ist gleich mal ein gutes Thema, weil darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, muss denn ein Präsident eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart haben? Also sprich, muss der mal Spieler gewesen sein, Trainer, Funktionär, was auch immer? Oder reicht es einfach, wenn er einfach nur Fan war und halt einen anderen Werdegang genommen hat, aber dennoch vielleicht jetzt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dann eben Präsident werden will und unter Umständen auch wird? Ich habe für mich da immer noch keine richtige Antwort gefunden. Gibt es da für dich irgendwie so eine Richtlinie oder Leitplanke, dass du sagst, okay, also ich möchte schon, dass das jemand ist, der beim VfB Stuttgart vorher in irgendeiner Position tätig war? Oder sagst du, dass dir das komplett egal ist? Hauptsache, er ist Mitglied und möchte dem Verein helfen. Also mir ist es erstmal egal, ob er beim VfB schon eine Funktion bekleidet hat, wenn er Mitglied ist und vor allen Dingen Fan ist und man den Eindruck hat, ihm ist der VfB wichtig als Verein, als Klub und nicht irgendwelche anderen Dinge, dann ist mir das echt völlig egal, wie seine Vergangenheit aussah, also ob er schon mal dann beim Verein irgendeiner Art und Weise tätig war oder mit ihm schon Kontakt hatte. Und viele sagen ja auch, je weniger Kontakt er bisher mit dem Verein hatte und je weniger er mit irgendwelchen, ich nenne es mal Böseilschaften oder Strukturen verbunden ist, desto besser ist das Ganze. Ja, das ist ein Thema, das gerade im Netz auch häufig aufkommt. Kein Klüngel, keine alten Seilschaften. Man möchte dann relativ unvorbelasteten Kandidaten am liebsten haben. Zumindest ist das das Echo, was man auf Twitter bekommt. Ist natürlich immer schwer dann abzuschätzen, was gefühlt 65.000 weitere Mitglieder so denken. Aber machen wir mal weiter mit den Kandidaten, die sich aus der Deckung gewagt haben. Klaus Vogt, über ihn haben wir auch schon gesprochen. Auch er hätte Interesse, VfB-Präsident zu werden. Natürlich bekannt vom FC Playfair und ist eigentlich jemand, der für die Fußballkultur steht, die uns glaube ich am nächsten kommt. Aber auch bei Klaus Vogt kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil bis auf das Interview, das man beim Ron bei der Nachspielzeit hören kann, habe ich noch nicht so viel über Klaus Vogt herausgefunden. Also es gibt natürlich immer mal wieder ein paar Printinterviews oder es gibt einfach die Möglichkeit, ein paar Sachen, ein paar Zitate von ihm nachzulesen. Aber jetzt wirklich einen Eindruck von ihm habe ich nicht gewinnen können. Ich glaube, dich habe ich dazu auch schon mal befragt und du meintest auch, dass du noch nicht allzu viel von ihm mitbekommen hast. Wenn sich das geändert hat, kannst du das natürlich jetzt gerne erzählen. Ansonsten würde mich interessieren, wie du grundsätzlich zu so einem doch relativ, ja, wie soll man sagen, also so völlig unbelasteten Kandidaten stehen würdest, der aber schon sehr eng mit dem Thema Fußball, Fußballkultur verbunden ist. Also grundsätzlich finde ich es positiv, weil ich denke, die Mitglieder sollten halt eine Auswahl haben, die ja natürlich durch die zwei möglichen Kandidaten, also maximal zwei möglichen Kandidaten ein bisschen eingeschränkt wird. Aber eine möglichst große Bandbreite an Kandidaten wäre wünschenswert. Und der Klaus Vogt ist ja das, was man dann so gemeinhin als Kandidat aus der Fanszene nennt. Aber es ist ja nicht so, dass er irgendwie nur in der Kurve steht und Bier trinkt. Also er ist ja auch ein erfolgreicher Unternehmer und bringt halt alle Qualifikationen mit, die in der Satzung definiert sind. Insofern ist er halt erst mal laut Satzung qualifiziert, um das Präsidentenamt auszuüben. Und dazu kommt natürlich dann die Philosophie, die hinter ihm steht, die dann vielleicht so ein bisschen entgegen der Kommerzschiene geht, sondern mehr wieder zurück zum Fußball. Und ob sich das dann halt mit einem großen Klub im Jahr 2019 so vereinbaren lässt, wird spannend sein. Aber ich finde, er ist halt definitiv so ein bisschen der Anti-Establishment-Kandidat, der auch so ein bisschen Würze in die ganze Sache reinbringt. Wenn wir jetzt Klopfer nehmen und Vogt, wem würdest du da am ehesten zutrauen mit dem Sponsorenkreis ein gutes Verhältnis zu pflegen? Weil das ist ja auch sehr wichtig. Und mit Sponsorenkreis meine ich natürlich die üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Daimler, Kärcher und wer da sonst noch so dazugehört. Ich traue das beiden zu. Also der eine ist Oberbürgermeister von einer Stadt mit 40.000 Einwohnern. Der wird auch genug Interessen unter einen Hut bekommen müssen. Und der andere, Herr Vorsitzender, auch von einem nicht unbedeutenden Verein schon und erfolgreicher Unternehmer. Auch der muss Kompromisse machen. Also insofern traue ich das beiden zu. Und wenn ich es ihnen nicht zutrauen würde, dann wären es ja auch schon mal nicht die richtigen Kandidaten für das Präsidentenamt vom VfB. Also ich denke, diese Qualität bringen beide mit. Kompromissbereitschaft gehört dazu. Man kann da nicht irgendwie stur seine eigene Linie durchklopfen, sondern muss halt dann auch da andere Meinungen gelten lassen und irgendwie einen Kurs finden, der beides berücksichtigt. Aber ich halte sie beide dafür geeignet. Weil ich glaube, obwohl der Vereinsbeirat ja eigentlich nur für die Wahl oder für die Auswahl der möglichen Kandidaten zuständig ist, glaube ich schon, dass man sich da im Vorfeld ja auch mit dem Aufsichtsrat austauschen wird. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es da überhaupt keine Kommunikation gibt. Und dann ist es natürlich wichtig, was hält zum Beispiel ein Herr Port von Kandidat XY. Wobei das ja eigentlich vollkommen irrelevant ist. Ja. Das wissen wir ja beide, weil der Herr Port ja im Verein nichts zu sagen hat. Okay, dann frage ich dich direkt, glaubst du, dass das so irrelevant ist oder wird das nur so kommuniziert? Ja. Weil ich kann es mir nicht vorstellen. Wie man hört, arbeitet der Vereinsbeirat ja schon wirklich sehr, sehr autark. Also hätte es mir die Frage vor ein paar Monaten gestellt, hätte ich gesagt, ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat der AG da überhaupt nicht mitredet. Mittlerweile bin ich mir da echt nicht mehr so sicher, ob das nicht irgendwie wirklich hinter verschlossenen Vereinstüren passiert. Und klar, im Endeffekt der Präsident ist dann, der Präsident des e.V. ist dann eigentlich auch immer der Aufsichtsrat. Vorsitzender treffen dann halt e.V. und AG aufeinander. Aber aktuell bin ich mir echt gar nicht mehr so sicher, wie weit der Einfluss des Aufsichtsrats auch in den e.V. reicht, was ja vor ein paar Monaten definitiv der Fall war. Weil genau jetzt wird es nämlich interessant, wenn der Aufsichtsrat in irgendeiner Weise auch ein Wörtchen mitreden würde. Oder es würde ja schon reichen, wenn der Vereinsbeirat sich denkt, ja, also da hält Aufsichtsrat XY aber nichts davon, von dem und dem Kandidaten. Dann sind wir jetzt bei einem Namen, bei dem wäre da definitiv mal Obacht angesagt, und zwar Guido Buchwald. Denn wir wissen ja, Guido Buchwald und der Herr Port, das sind jetzt nicht die dicksten Freunde, werden sie vielleicht auch nicht mehr. Müssen wir mal abwarten, wie sich das gestaltet. Und auch er hat sich ja noch nicht so richtig aus der Deckung gewagt, aber er deutet zumindest eine Kandidatur an. Ja, Guido Buchwald hat sich, glaube ich, gestern in Geislingen dazu geäußert, dass er sich in den nächsten Tagen das Ganze noch reiflich überlegen wird, ob er eben als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung steht, und er wird sich dann bis Donnerstag entscheiden. Das klingt schon alles ein bisschen merkwürdig. Und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Einerseits finde ich es gut, wenn möglichst viele Kandidaten einfach ihren Hut in den Ring werfen, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben. Aber auf der anderen Seite würde ich mir natürlich wünschen, wenn das etwas entschlossener daherkommen würde. Und ja, das wirkt ja fast schon so, als ob er jetzt sich überreden lassen muss, will, wie auch immer, dass er jetzt Präsident des VfB werden darf. Also das gefällt mir nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich jetzt, wie gesagt, die Vielfalt und auch einen weiteren Kandidaten, der von mir aus dann Fußballkompetenz hat, gar nicht so schlecht finden würde. Also dass so jemand zur Wahl steht. Aber ja, für mich fehlt da die Entschlossenheit. Ich weiß nicht, wie du es da siehst. Nee, das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Ich finde es halt gut. Also am Anfang haben wir gesagt, na, jetzt gehen die an die Öffentlichkeit. Und eigentlich ist es ja, sollten sie sich vielleicht nicht erst mal intern an den Vereinsbarat wenden und sagen, hey, ich würde es machen. Aber so mit ein bisschen Abstand finde ich es gut, dass der Herr Klopfer und der Herr Vogt halt gesagt haben, hey, wir würden es machen. Klar, das erhöht so ein bisschen den Druck auf den Vereinsbeirat, weil jetzt weiß man halt, die beiden haben auf jeden Fall ihr Interesse hinterlegt. Und wenn die jetzt dann nicht zur Wahl stehen, dann wird jeder fragen, ja, was sind wir mit dem Klopfer, was ist mit dem Vogt, wo sind denn die? Aber dieses Hin und Her mit dem Guido Buchwald, ich meine, der VfB Stuttgart, ist der größte, mit Abstand der größte Verein in Baden-Württemberg. Und entweder ich möchte Präsident dieses Vereins werden oder ich möchte es nicht. Aber dieses Hin und Her und Abwarten und gucken, ob ich dann vielleicht doch noch irgendwen platziert bekomme oder nicht und so, das finde ich, hat der VfB nicht verdient. Das finde ich ein bisschen unwürdig. Und wenn ich halt eine Vereinslegende bin und bin Weltmeister und so, dann möchte ich entweder Präsident dieses Vereins werden oder ich möchte es nicht. Und am Montag kann ich doch nicht sagen, am Donnerstag weiß ich das. Also entweder ich will es machen oder ich will es nicht machen. Und wenn er so große Zweifel hat, ob er es machen will, dann würde ich im Zweifel sozusagen lieber sein lassen. Sehe ich genauso wie du. Also wenn ich mir jetzt anschaue, die anderen beiden Kandidaten, von denen man weiß, Klopfer und Vogt, die haben das ja relativ deutlich eben nach außen getragen. Sie wollen Präsident werden. Fertig. Der Herr Vogt hat danach eigentlich kaum noch die Öffentlichkeit gesucht. Ich glaube, es gibt keine weiteren Interviews danach mit ihm, nachdem eben diese Meldung, ja, ich glaube, über die Stuttgarter Nachrichten nach außen getragen wurde. Matthias Klopfer hat, ich glaube, es war der Deutschen Presseagentur jetzt nochmal ein Interview gegeben. Aber ansonsten, bis eben auf die Ankündigung, dass er kandidieren möchte, gab es von ihm diesbezüglich auch keine Interviews. Ja, also es wurde einfach einmal klipp und klar gesagt. Und ja, das Interesse, möchte ich mal so sagen, hinterlegt. Und bei Guido Buchwald ist es halt wirklich so, dass er sich fast bitten lassen möchte. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er so ein bisschen scheut, ja, dann doch nicht gewählt zu werden, also vom Vereinsbeirat, und das vorher irgendwie noch ein bisschen ausloten möchte. Also das lässt natürlich jetzt viel Raum für Spekulationen. Aber warum komme ich darauf? Er hat zum Beispiel gesagt, ich bringe nicht nur sportliche Kompetenz mit, sondern auch wirtschaftliche. Ich war auch schon in anderen Clubs im Management tätig und leite seit rund 25 Jahren ein Unternehmen. Ja, so das sind ja fast schon, ja, das soll ja fast schon untermauern, dass er der Richtige sei. Aber auf der anderen Seite sagt er dann, ich bin mir noch nicht ganz sicher, beziehungsweise er braucht noch ein bisschen Zeit und wird sich dann bis Donnerstag entscheiden. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Guido Buchwald entweder selber nicht so richtig weiß, ob er es machen möchte, so wie du es gesagt hast, oder er möchte ein klares Signal bekommen von wem auch immer, dass er, wenn er sich bereit erklärt, eine Bewerbung abzugeben, dass er dann definitiv auch zu dem Kandidatenkreis zählt, der am 15.12. dann gewählt werden kann, sprich einer der beiden Kandidaten wird. Genau, das können es sein. Oder dann sind ja noch die zwei anderen Namen, die da immer noch mit mir rumgeheißen, dann sind halt irgendwie eben Jürgen Klinsmann und auch noch Thomas Berthold. Also Jürgen Klinsmann, der erst sagte, na ja, unter den aktuellen Voraussetzungen, der aktuellen Konstellation macht es für ihn keinen Sinn, irgendwie als Vorstandsvorsitzender was zu machen. Und dann nach der Interessensbekundung von Guido Buchwald als Präsident hieß es, na ja, die Tür ist ja nie komplett so, mal gucken. Und Thomas Berthold, der dann irgendwie zwischendurch auch mal wieder reingrätscht und sagt, na ja, er versteht Jürgen Klinsmann, dass er das nicht machen will. Und hat dann, glaube ich, auch gesagt, ich habe nur irgendwie dann ein Zitat von ihm gesehen, er steht nicht als Vorstandsvorsitzender bereit. Das ist aus dem Nix, wo ich denke, ja gut, also ich stehe jetzt auch Trainer jetzt nicht bereit. Aber das finde ich irgendwie, als ob man die Leute dann irgendwie beknien müsste, irgendwelche Ämter zu übernehmen. Also Vereinslegende gut und Weltmeister schön, aber wenn sie es machen wollen, dann sollen sie sagen, wir wollen es machen. Aber dieses Tür steht immer offen und wenn der VfB anruft, dann wäre ich, nee, also das finde ich, da ist der VfB dann größer als einzelne Personalien. Ja, man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass Klinsmann, Buchwald, Berthold, da versuchen irgendwie die VfB-Dreuker zu gründen. Im Endeffekt hat sich ja auch jeder schon seinen Posten rausgesucht. Klinsmann, Vorstandsvorsitzender, Buchwald-Präsident, Berthold, Aufsichtsrat. Also das, ja, das gefällt mir auch nicht so richtig. Also das wirkt halt auf mich nicht so, als ob man hier einfach dem Verein helfen möchte, ja, dem Verein vor allem helfen möchte und ja, wirklich, wirklich aus Überzeugung Präsident des VfB werden möchte. Und wenn man jetzt mal die Verschwörungstheoretiker-Maschinerie mal anwirft, dann kommen mir da aber tatsächlich dann zum Hinterkopf wieder die Abschiedsworte von Wolfgang Dietrich so ein bisschen im Sinn der von den Leuten sprach, die sich an den Fleischtöpfen des VfB bedienen wollen. Also jetzt ohne irgendjemandem was zu unterstellen, aber es ist halt irgendwie alles schon ein bisschen komisch. Also das meine ich, wenn jetzt Guido Buchwald Präsident werden will und stellt sich hin und sagt, ich würde es machen, wählt mich. Wenn er mich nicht wählt, auch okay, aber ich würde es machen, okay. Aber dann halt noch mit den beiden anderen Personalien, jeder hat sich seinen Posten rausgesucht und es wird irgendwie abgesagt und dann doch wieder ein bisschen zugesagt und gezögert und Fristen terminiert und so. Ich finde das alles irgendwie so ein bisschen seltsam. Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Von den drei Kandidaten, über die wir jetzt gesprochen haben, es gibt vielleicht dann auch noch weitere. Wie gesagt, zu 100 Prozent wissen wir das natürlich nicht, weil... Na gut, wir wissen, glaube ich, nicht zu 100 Prozent, aber man muss davon ausgehen, dass es am Sonntag mehr als zwei oder drei Kandidaten ihr Interesse hinterlegt haben. Es gibt jetzt sogar noch die Kandidaten, über die wir jetzt aber nicht sprechen, die ihr Interesse auch offiziell hinterlegt hat, aber das... Nee, das lassen wir komplett außen vor. Lassen wir komplett außen vor, aber ich denke, ich gehe mal davon aus, dass es wirklich am Sonntag dann fünf bis sieben oder acht sogar sein werden, die kandidieren würden, wenn sie zugelassen werden. Und ich bin total gespannt. Also dann muss ja der Vereinsbeirat, dann beginnt ja die eigentliche Arbeit des Vereinsbeirats, dann müssen sie ja alle Kandidaten, die sich dann quasi gemeldet haben, abklopfen, erst mal, ob sie die Kriterien erfüllen. Der hast du ja gerade schon genannt. Also sie müssen zwischen 35 und 75 sein. Und sie müssen mindestens 50 Stimmen anderer VfB-Mitglieder quasi mitbringen, damit die Kandidatur oder ihre Bewerbung gültig ist, was ja irgendwie jetzt keine große Hürde ist. Was mich jetzt total interessieren würde, jetzt kommt einer, der hat 51, und jetzt kommt Guido Buchwald und der hat 5100 Unterschriften. Ob das halt irgendeine Rolle spielt? Also, weil das ist ja echt so eine Blackbox. Also wie entscheidet jetzt der Vereinsbeirat, wer von den sieben Kandidaten, also wer sind die zwei geeignetsten? Und das finde ich, es muss ein total spannender Prozess sein. Leider ist es halt eine Blackbox. Also ein komplett intransparenter Prozess, weil die Satzung jetzt ja auch nicht vorsieht, dass uns der Vereinsbeirat sagt, wie viele Kandidaten sich beworben haben und wer sich beworben hat. Also, wenn es der Vereinsbeirat schlecht macht, dann werden sie irgendwann, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, vielleicht Mitte Oktober, Ende Oktober, Anfang November, sagen, und diese zwei Kandidaten stehen zur Wahl. Und dann werden zwei Namen ausgespuckt. Und wie viele Namen es sonst noch im Topf gab und warum die nicht zur Wahl stehen, werden wir nie erfahren. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, auch so nach den Ereignissen der letzten Monate, wie der Vereinsbeirat jetzt mit dieser sehr, sehr großen und wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe umgeht. Ich habe ja ein wirklich interessantes Telefonat mit Rainer Wenninger geführt und der hat mir so ein bisschen erklärt, wie das jetzt ablaufen wird. Rainer Wenninger ist im Vereinsbeirat des VfB Stuttgart sozusagen Mitglied des Vereinsbeirats des VfB. Und es wird wohl so sein, dass man je nach Anzahl der Kandidaten eine Vorauswahl trifft. Ja, also jetzt gehen wir mal davon aus, es sind mehr als sieben. Ich übertreibe jetzt mal maßlos und sage, es sind 50. Dann wird man natürlich nicht 50 Leute zu einem Casting einladen, sondern wird vorher eben schon so ein bisschen sondieren, bei welchem Kandidaten ist man sich sicher, dass der ein geeigneter Kandidat wäre. Ja, und wäre es eher zweifelhaft, du hast ja gerade eben schon mögliche Optionen angesprochen, die dann vielleicht rausfallen könnten. Und dann lädt man eben die Kandidaten zu einem Casting ein und anschließend entscheidet man sich eben dann für die zwei, die dann zur Wahl stehen am 15.12. Das wird dann vermutlich Ende Oktober, vielleicht auch schon Mitte Oktober der Fall sein. Da werden wir dann als Mitglieder darüber informiert und ob wir davon in Kenntnis gesetzt werden, wer eben nicht als Kandidat zugelassen wurde. Hängt auch so ein bisschen an den Kandidaten selber, weil der Vereinsbeirat kann nicht hergehen und einfach sagen, die haben wir 25 nicht zugelassen, beziehungsweise die haben es halt nicht geschafft auf die endgültige Kandidatenliste. Denn es gibt natürlich da das berühmte Datenschutzgesetz, DSGVO ist, denke ich mal, jedem ein Begriff. Das heißt, alle müssen zustimmen, dass diese Daten öffentlich gemacht werden können. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man da was verschleiern möchte, so wurde es mir erklärt, sondern es ist halt einfach auch, ja, datenrechtlich nicht so einfach, dass man da jetzt einfach hergeht und sagt, hier, die 25 haben wir nicht genommen und es sind jetzt letzten Endes die zwei gewesen. Aber wenn ich den Rainer richtig verstanden habe, dann möchte der Vereinsbeirat schon dafür sorgen, dass man eben davon, ja, in Kenntnis gesetzt wird, wer dann sich noch beworben hat und wer dann letzten Endes nicht genommen wurde. Wenn es dazu kommt, wäre es ja cool. Wünschenswert. Und ja, aber wie gesagt, die Aufgabe ist halt total komplex, weil eventuell ja gar nicht, du eventuell als Vereinsbeirat gar nicht die zwei besten Kandidaten zur Wahl stellen solltest, sondern halt den Mitgliedern vielleicht eine Auswahl geben solltest. Also das mal rein theoretisch, wir haben drei Kandidaten, die in Frage kommen. Und wir hätten Guido Buchwald, Jürgen Klinsmann und Klaus Vogt. So, jetzt sagt der Vereinsbeirat, naja, der Buchwald und der Klinsmann sind eigentlich für uns die beiden besten Kandidaten und der Klaus Vogt ist die Nummer drei. Aber wenn du jetzt halt Jürgen Klinsmann und Guido Buchwald zur Wahl stellst, dann stellst du ja den Mitgliedern eigentlich zwei gleiche Präsidententypen zur Wahl. Also Ex-Spieler, sportlich erfolgreich, mit ein bisschen Wirtschaftskompetenz. Und der Klaus Vogt wäre einer, der ein komplett anderer Präsident wäre. Und da würde es ja viel mehr Sinn machen, man sagt, man macht Klinsmann oder Buchwald und den Vogt. Und du würdest dann zwar quasi gar nicht die zwei Besten aus deiner Sicht dann zur Wahl stellen, also musst du da auch irgendwie so ein bisschen strategisch denken. Und ich finde das halt wahnsinnig schwierig einfach. Und ich finde es halt total erstaunlich, dass der Vereinsbeirat, der ja nach der Ausgliederung so ein bisschen als Feigenblatt des e.V. und des Mitspracherechts belächelt wurde, jetzt halt an allen Ecken und Enden im Verein so eine ganz, ganz wichtige Position, nämlich wirklich so eine Schlüsselstelle ist. Ja, aktuell auf jeden Fall. Also die haben wirklich eine wichtige Position jetzt inne. Und ich bin da schon ganz bei dir, dass man sagt, man muss dann taktisch sehr clever auch die Kandidaten auswählen, damit eben dann auch das Gefühl bei den Mitgliedern da ist, man kann ja wirklich wählen. Also man hat eine richtige Wahl. Ich möchte jetzt die beiden Kandidaten, die für den Posten des Präsidiumsmitglieds zur Wahl stehen, Herr Gass und Herr Mutschner nicht zu nahe treten. Aber da haben wir ja auch gesagt, so eine wirkliche Wahl hat man eigentlich nicht. Der Herr Gass ist relativ blass, sorry für den schlechten Reim. Und der Herr Mutschner, ja, also das ist jetzt auch keiner, wo alle Hurra rufen, um es mal so auszudrücken. Und da würde man sich natürlich schon freuen, wenn man vielleicht auch Kandidaten präsentiert, die ein Stück weit polarisieren. Also es muss ja nicht gleich sein, dass sie sich die Köpfe einschlagen, aber sie können ja eben für zwei unterschiedliche Modelle stehen, wie du es ja schon gesagt hast. Also zum Beispiel ein Klaus Vogt und auf der anderen Seite dann eben jemand, der vielleicht dann doch eher so ein Unternehmertyp ist. Ich möchte jetzt den Namen Wolfgang Dietrich nicht wieder in den Mund nehmen, aber der so in diese Richtung geht. Das ist ja okay, du kannst ja so einen Corporate-Kandidaten wirklich bringen aus dem Sponsorenpool. Also irgendwie den ehemaligen Geschäftsführer von, also da werden jetzt sich Namen gehandelt, von Südwestbank, Volksbank, Olymp oder also irgendjemanden halt. Aber dann brauchst du als Gegengewicht halt einen, wo man sagt, hey, wenn ich nicht mit diesem Corporate-Menschen einverstanden bin, dann gebt mir eine Alternative und die muss halt komplett anders sein. Nur so habe ich eine Wahl und das ist natürlich bei zwei Kandidaten halt relativ schwierig, weil die halt schon sehr konträr dann sein müssen. Und ja, da bin ich total gespannt, also wie der Vereinsbeirat damit umgeht und ich stelle mir vor, dass es ja jetzt echt so die wichtigste Aufgabe auch in der kurzen Geschichte des Vereinsbeirats ist, weil sie bestimmen jetzt ja, wenn sie jetzt ausdünnen von fünf, sechs, sieben auf zwei, bestimmen sie ja schon damit eigentlich die Zukunft des Vereins. Ich denke, dessen sind sie sich bewusst, aber das ist halt eher eine Mammutaufgabe. Absolut. Also ich hoffe, dass einer der beiden in der Öffentlichkeit bekannten Kandidaten dann letzten Endes auch zur Wahl stehen wird. Also entweder Herr Klopfer oder Herr Vogt, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann, ja, sucht der Vereinsbeirat auch noch selber nach Kandidaten. Also Leute, die sich jetzt vielleicht gar nicht öffentlich so sehr dazu äußern zu dem Thema, werden vom Vereinsbeirat angesprochen, hey, könntest du dir vorstellen, Präsident zu werden des VfB? Hast du nicht Bock, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen oder mit aus dem Dreck zu ziehen? So in der Art. Da wurde natürlich auch schon Wolfgang Kuhn, du hast es von angesprochen, schon thematisiert, also Südwestbank-Chef, ehemaliger, oder ist er noch? Ich weiß es gar nicht genau. Ehemaliger, ja. Der wird sich allerdings nicht bewerben, hat er schon gesagt. Denn nach der Klinsmann-Absage, dass Jürgen Klinsmann eben nicht Vorstandsvorsitzender werden möchte, sagt er, ja, ich bedauere das sehr, weil ich mir eine Zusammenarbeit mit ihm sehr gut hätte vorstellen können. Und man hört jetzt so, dass er deswegen auch jetzt keinen Bock mehr hat, Präsident zu werden. Also ob das jetzt stimmt, das weiß man natürlich immer, letzten Endes nicht hundertprozentig, da wird momentan eh immer sehr viel, ja, rumgerüchtet, möchte ich mal so sagen. Also viele Dinge hört man, die dann vielleicht auch nicht ganz so zutreffen. Ich zum Beispiel hatte ja die Information, dass Hartmut Jenner ein heißer Kandidat sein würde, ja, das habe ich nicht nur von einer Person gehört, sondern von unterschiedlichen und habe mich dann zu einem Tweet hinreißen lassen, ja, der darauf abzielte, dass das, so ein Typ wie Jenner, letzten Endes der zweite Kandidat sein wird, neben Person XY dann am 15.12. und auch da wurde mir so ein bisschen erklärt, wie da die aktuelle Sachlage ist. Jenner sei wohl keine Option, also hat sich nicht beworben, kann sich natürlich noch bewerben, vielleicht geht es ihm ja ähnlich wie Guido Buchwald und er braucht noch bis Donnerstag, wer weiß das schon, aber Stand jetzt wäre er wohl kein Kandidat und auch hier kann ich nochmal aus dem Telefonat, ja, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und so möchte ich sagen, es hört sich für mich so an, dass der Vereinsbeirat jetzt nicht so große Lust hat, wieder so ein, ja, so einen typischen Corporate Guy zu präsentieren, wenn man das so ausdrücken darf, ja, also Jenner, dem wird ja schon so eine ähnliche Herangehensweise unterstellt, wie es eben Wolfgang Dietrich getan hat, vielleicht ist er nicht ganz so extrovertiert wie Wolfgang Dietrich, aber wie gesagt, es ist, hat er relativ schnell auf die, durch die Reaktion gemerkt, was die breite Masse von dem Kandidat Jenner so halten würde, ja, also so ein Kandidat soll es wohl nicht sein, ohne jetzt den Herrn Jenner in irgendeiner Art abwerten zu wollen, aber es ist halt so dieser klassische Wirtschaftsboss, der jetzt beim VfB das Rudel übernimmt und, ja, man dann wieder das Gefühl hat, dass vielleicht andere Interessen, ja, über den Interessen des Vereins gestellt werden, also das soll es wohl nicht geben, muss man natürlich alles trotzdem mit Vorsicht genießen und aufmerksam beobachten, aber ich fand das schon ganz interessante Informationen, die ich da bekommen habe im Telefonat mit Rainer Wenninger, das übrigens sehr, sehr nett war und man bekommt als Fan das Gefühl, dass der Verein definitiv darum bemüht ist, sich da einfach den Mitgliedern wieder anzunähern, also man hat da glaube ich schon erkannt, dass da einiges schief lief in den letzten Jahren und ich kann mir vorstellen, dass auch diesbezüglich die Kandidatenauswahl eine ganz, ganz spannende wird, ja, also vielleicht werden wir dann letzten Endes alle überrascht sein vom ausgewählten Kandidaten beziehungsweise von den beiden ausgewählten Kandidaten. Ja, ansonsten können wir glaube ich eben zu den Namen noch gar nicht so viel sagen, weil man letzten Endes abwarten muss, wer dann zur Wahl steht, aber das ist so. Genau, was man auch sagen kann, ist, wenn der Vereinsbeirat dann zwei Kandidaten präsentiert, mit denen wir Mitglieder mal so überhaupt gar nicht einverstanden sind und sagen, ich will keinen von den beiden wählen, also überhaupt gar nicht, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, jetzt berufe ich mich auf gefährliches Halbwissen, auf der Mitgliederversammlung dann wieder mit 75 Prozent einen dritten Kandidaten irgendwie da aufs Tableau zu bekommen, also auch die Möglichkeit gibt die Satzung noch her. Ah, das ist sehr interessant zu wissen, ja, also dann wird es ja noch spannender, wenn er letzten Endes zur Wahl steht, vielleicht erleben wir dann hier auch nochmal einen ganz besonderen Moment in der Geschichte des VfB Stuttgart. Man muss ja auch, wie du sagst, der Vereinsbeirat macht ja wirklich den Eindruck, als hätte er verstanden, dass es halt so wie in den letzten Jahren in der Kommunikation nicht geht und dass man halt irgendwie den nicht so, wie dann bei der letzten Präsidentenwahl den Mitgliedern einfach nur einen Kandidaten dahin klatschen kann, mit dem eigentlich niemand so richtig einverstanden ist, der dann mit einer super knappen Mehrheit irgendwie gewählt wird, sondern ja, dass man sich ja quasi nicht leisten kann, weder Klaus Vogt noch Matthias Klopfer aufzustellen oder irgendjemanden, der halt nicht oder der so ein bisschen Anti-Establishment ist, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren und ich glaube, das weiß man ganz genau und je nachdem, wer jetzt noch dann bereit ist zu kandidieren, wird man einen Kandidaten präsentieren müssen, der nicht so dem üblichen Profil des VfB-Präsidenten entspricht und da wird einer kommen, glaube ich, weil wenn der nicht kommt, dann wird es glaube ich wieder laut werden. Ja, ja, auf jeden Fall, also das sehe ich genauso wie du, du musst mindestens einen Kandidaten präsentieren, der wirklich ja das Gegenteil von dem verkörpert, was Wolfgang Dietrich vorgelebt hat, ansonsten hast du gleich wieder Theater in der Bude und natürlich, selbst wenn du dann so einen Kandidaten präsentierst, heißt das nicht, dass jetzt plötzlich Ruhe in den Verein einkehrt, auch wenn der gewählt werden würde, ist das nicht gleichbedeutend mit jetzt wird alles viel besser und alles viel ruhiger, das kann trotzdem für Probleme sorgen oder man kann trotzdem vielleicht unzufrieden sein mit dem Präsidenten, aber, ja, also so ein Typen... Das ist ja klar, also auch wenn jetzt halt Kandidaten da sind, wo wir sagen, hey, den würde ich zigmal wählen, das klingt so gut, der hat keinen Stallgeruch, der kommt von völlig außen rein, das ist super, den brauchen wir. natürlich kann sein, dass man in einem Jahr sagt, das war jetzt aber keine gute Entscheidung, der macht das halt einfach nicht gut, natürlich kann das passieren, man weiß ja jetzt noch nicht, wie der das Amt dann halt ausfüllt und ob er es gut oder schlecht macht, aber halt einfach mal so ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Offenheit und eine echte Wahl zu haben, wäre ja schon mal ein Schritt nach vorne. Natürlich kann es immer schief gehen, genauso wie es schief gehen kann, wenn du einen Trainer wie Tim Walter holst, das werden wir erst in ein paar Monaten wissen, aber dieses Risiko muss man ja nehmen, wenn man sich so ein bisschen entwickeln will. Aber das ist auch noch mal ein guter Punkt, für alle, die es noch nicht wissen, man wählt den Präsidenten jetzt nicht für vier Jahre oder so, sondern der wird eh nur für knapp ein Jahr gewählt, denn es ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung und der Präsident, den man am 15.12. wählen kann, der übernimmt eigentlich auch nur die Amtszeit von Wolfgang Dietrich, sprich bis vermutlich dann Sommer oder Herbst 2020 und dann wählen wir wieder neu. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn der Präsident, den man dann wählt, auch einer wäre, der 2020 ganz gute Chancen hat, wiedergewählt zu werden, aber man könnte sagen, okay, also das lief ja jetzt überhaupt nicht gut, wir müssen uns noch mal Gedanken machen, ob das der Richtige war. Also das Risiko ist etwas geringer, dass man eingeht. Da man im Präsidenten in einer gewissen Probezeit und auch da wird es dann wieder spannend, weil wenn ich die Satzung dann so richtig im Auge habe, dann, also weiß ich gar nicht, muss man eigentlich dann nächstes Jahr den amtierenden Präsidenten wieder zur Wahl stellen? Also das ist vielleicht eine Frage, die man dem Vereinsbeirat mal stellen muss, weil das weiß ich jetzt gar nicht halt. Also wenn der Präsident halt irgendwie nicht so agiert, wie man sich das vorstellt, er aber gerne weitermachen würde, aber vielleicht muss man ihn dann gar nicht mehr zur Wahl stellen. Nee, nee, das ist ja bei Dietrich auch so gewesen, dass der Vereinsbeirat praktisch sagen kann, nee, Herr Dietrich, wir stellen Sie nicht mehr zur Wahl. Genau. Also das gilt natürlich auch für den jetzt, der jetzt gewählt wird am 15.12. Also es sind spannende Zeiten gerade. Absolut. Und dann gibt es noch eine weitere Frage, die ich in dem ganzen Themenkomplex ganz interessant finde. Und zwar, wir haben es ja gerade schon angeschnitten, das Thema Vorstandsvorsitzender lässt uns auch nicht los. Eigentlich galt diese Personalie fast schon als abgearbeitet. Wie hieß der Kollege? Robert Schäfer hieß er, oder? Ja. Der eigentlich kommen sollte, genau. Wolfgang Dietrich war sich da schon relativ klar mit Robert Schäfer, der ja vorher bei Fortuna Düsseldorf war, unter anderem. Und ja, ja, nach Dietrichs Abgang rückte das Thema erst mal so ein bisschen wieder in den Hintergrund. Dann kam Jürgen Klinsmann plötzlich ins Gespräch, der dem VfB eben abgesagt hat jetzt. Letzte Woche Mittwoch war das, glaube ich. Und mal so eine grundsätzliche Frage. Interessiert mich mal deine Meinung. Siehst du es ähnlich wie Matthias Klopfer, der gesagt hat, eigentlich muss zuerst der Präsident gewählt werden, bevor man sich um die Position des Vorstandsvorsitzenden kümmert? Denn ja, schließlich ist das ja eine ganz, ganz wichtige Personalie eben dann auch für den Präsidenten, wer dann letzten Endes Vorstandsvorsitzender wird. Also wie siehst du es, dass der Verein offensichtlich momentan schon ein großes Interesse hat, den Vorstandsvorsitzenden noch vor der Mitgliederversammlung zu benennen? Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil eigentlich ist es ja so, der Präsident ist der Präsident des Vereins und der Vorstandsvorsitzende ist der Vorstandsvorsitzende der AG. Jetzt hat natürlich der Vereinspräsident als Aufsichtsratsvorsitzende der AG die Kontrollfunktion über den Vorstandsvorsitzenden. Das ist irgendwie, man kann das ja nie so ganz trennen. Und insofern bin ich natürlich schon dabei, dass man sagt, ja, erst sollte der Präsident oder der Aufsichtsratsvorsitzende eigentlich in dem Sinne definiert sein, bevor dann der Vorstandsvorsitzende kommt. Eigentlich schon, ja, da bin ich bei ihm. Und dann wird natürlich auch wieder so eine Lösung attraktiver. Dann sind wir wieder beim Modell Klinsmann-Buchwald. Wenn du sagst, wenn ich Präsident werde und Aufsichtsratsvorsitzender, dann bringe ich ihn als Vorstandsvorsitzenden mit. Also man gibt den beiden natürlich dann sehr, sehr viel Macht, aber man weiß dann zumindest, hey, die beiden verstehen sich. Und sonst hast du wieder dieses, aber das ist ja irgendwie so ein Henne-Ei-Problem. Also kommt der Präsident zuerst und der Vorstandsvorsitzende versteht sich dann nicht mit ihm auch schlecht. Schwierig, ne? Du hast halt irgendwie da das Problem dieser zeitlichen Abfolge. Es müssten sich beide miteinander verstehen, aber wenn beide natürlich nacheinander kommen, kann man das nicht garantieren. Kannst du mir mal versuchen zu erklären, was eigentlich der Vorstandsvorsitzende genau macht? Weil, also ich kann natürlich jetzt auch das sagen, was man so, was so logisch ist, ja. Also der Vorstandsvorsitzende ist im Endeffekt derjenige, der natürlich, ja, den Vorständen nochmal übersteht, ja. Aber was ist so wichtig an dieser Position? Das, ja, so kann ich mir selber noch keinen richtigen Reihen drauf machen, wenn ich ehrlich sein soll. Was ist so wichtig an einem Vorstandsvorsitzenden? Na gut, aktuell sagen wir, der ist nicht so wirklich wichtig, aber wenn man sich jetzt halt mal ein paar Monate zurückerinnert, dann wäre dann vielleicht jemand wichtig gewesen, der halt dem Herrn Reschke gesagt hätte, so machen wir das jetzt vielleicht nicht. Also, der hätte ja definitiv noch einen über sich benötigt halt, ne. Ja, aber in der aktuellen Situation sehe ich jetzt auch nicht, dass der Vorstandsvorsitzende so dringlich ist, dass man ihn jetzt noch in den nächsten drei Monaten irgendwie definieren muss, weil wir sind jetzt ja echt lange, lange, lange ohne ausgekommen und niemand hat ihn wirklich vermisst. Und der Vorstand Marketing, der Vorstand Finanzen, die machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, ob sie es jetzt gut oder schlecht machen, darüber kann man streiten, aber sie haben es auch ohne Vorstandsvorsitzenden geschafft und auch Thomas Hitzberger scheint ja einen guten Job zu machen, so gut, dass man ja sogar sagt, dann soll der doch eins nach oben rücken und den Vorstandsvorsitzenden machen. Ist auch nochmal ein interessantes Thema, aber genau das ist ja das Problem, was ich noch so ein bisschen habe. Im Endeffekt ist der Vorstandsvorsitzende sozusagen jetzt einfach gesprochen nur der Boss von Herrn Haim, Herrn Röttgermann und Herrn Hitzberger. Genau. Hat er sonst noch irgendeine wichtige Entscheidungskraft innerhalb der AG, des Vereins, also letzten Endes ist er ja, was jetzt den Verein angeht, kann er gar nichts machen. Nö, der hat im Verein ja gar nichts machen. Mit dem Verein genauso viel zu tun wie der Herr Porth. So. Ja, okay. Ja, ich weiß, wie du meinst. So, und das heißt, das hat wirklich dann nur was mit der AG zu tun. Also könnte man da theoretisch schon, also erst mal hat das ja gar nichts mit dem Präsidenten zu tun. Warum ist das so wichtig, dass die beiden sich besonders gut verstehen müssten? Weil die Frage habe ich mir auch gestellt, warum muss das, warum müssen sich diese beiden besonders gut verstehen? Weil das habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört. Ja, das ist schon wichtig, dass man sich dann gut versteht, dass man auf einer Wellenlänge ist. Da dachte ich mir auch schon, warum eigentlich? Warum kann das nicht ein bisschen auch manchmal knirschen? Ja, weil ich habe... Ja, vor allem, weil ja der EV-Präsident dann ja der, der eine Kontrollfunktion über den Vorstandsvorsitzenden hat in der AG. Insofern müssen die ja dann... Ist es ja vielleicht sogar gut, wenn die beiden nicht so die besten Buddies sind, sondern eine gewisse Distanz haben. Das ist auch noch eine interessante Frage. Also es ist schon ein bisschen kompliziert, vor allem, wenn man sich dann überlegt, der Vorstandsvorsitzende wiederum wird ja vom Präsidialrat bestimmt, beziehungsweise die machen sich auf die Suche nach einem. Das haben wir ja in den letzten Wochen gut mitbekommen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass dann praktisch der Präsident, ein neuer Präsident, der Vorsitzende dieses Präsidialrats ist, oder ich weiß nicht, ob da die Bezeichnung Vorsitzender richtig ist, aber du weißt, was ich meine, der Chef sozusagen von denen dreien und dann eben die anderen beiden. Aktuell ist es Herr Ohlicher und Herr Port und dann eben Präsident XY. Ja, dann wird es ja schon wieder interessant, ob der Vorstandsvorsitzende dann wirklich so in Anführungsstrichen diese Macht hat, die man ihm hier und da mal zuschreiben möchte. Also das ist sehr, einerseits sehr kompliziert, aber auf der anderen Seite auch sehr interessant und dann doch wieder enorm wichtig für die Ausrichtung des kompletten Vereins. Ja, absolut. Also heute Abend fast, glaube ich, kam ja noch mal ein Artikel vom Gregor Preiss bei den Stuttgarter Nachrichten. Das ist, glaube ich, leider hinter der Paywall. Aber der zieht da den Vergleich zum FC Bayern München. Und ich finde, das macht es halt nur so relativ plastisch, weil es total einfach ist. Also der Vorstandsvorsitzende ist unser Karl-Heinz Rummenigge und der neue Präsident ist unser Uli Hoeneß. Also hoffentlich in anderer Ausprägung, aber das sind halt so genau die Rollen. Also wir hätten dann die gleiche Struktur wie der FC Bayern München und das wären die beiden analogen Personalien in München dann. Nur wenn du dir dann vorstellst, dass das bei uns ähnlich ablaufen würde, dass einmal der den neuen Trainer bestimmen darf und dann mal der andere, das ist ja völlig absurd. Also ich möchte eigentlich nicht, dass der Präsident darüber entscheidet, wer beim VfB Trainer wird. Nee, aber man sieht ja, der Uli Hoeneß hätte ja als EV-Präsident auch jetzt eigentlich nichts zu sagen, aber er hat wahrscheinlich dann ja, also Uli Hoeneß und Wolfgang Dietrich waren ja nicht per Zufall irgendwie relativ gute Freunde halt. Also die haben ja ihr Amt doch relativ ähnlich geführt. Ja, also da ist es mir wichtig, dass das bei uns vielleicht nicht ganz so laufen wird, sondern dass dann eben wirklich der Vorstand Sport auch dafür zuständig ist, den Trainer und letzten Endes das Konzept zu bestimmen oder die Philosophie, wie man so schön sagt, zu bestimmen. Du hast den Namen Thomas Hitzesberger schon angesprochen. Ich habe das auch gehört, dass der ein oder andere mal gesagt hat, Mensch, der Hitz als Vorstandsvorsitzender, das wäre doch eigentlich genau der Richtige. Das ist ein guter Mann, der schon länger dabei ist und eigentlich immer gute Arbeit geleistet hat, wobei man natürlich jetzt sagen muss, als Sportvorstand kann man ihn eigentlich noch nicht bewerten, nur in der Außendarstellung. Und da bekommt er eine Eins, da sind wir uns, denke ich mal, einig. Aber ob jetzt seine vorgegebene Marschrichtung oder sein Plan so, ob das der richtige ist, das wird sich ja erst noch zeigen. Also das ist für mich so ein bisschen schwierig, da wirklich schon ein Urteil zu fällen. Und im Prinzip finde ich es auch nicht so gut, wenn man jetzt sagt, okay, er ist jetzt Sportvorstand, jetzt machen wir ihn auch noch zum Vorstandsvorsitzenden. und ich habe dann gelesen, dass Sven Mislintat dann vielleicht nach oben kommen soll als Sportvorstand. Ich weiß nicht, ob ich davon allzu viel halten soll. Dann hast du wieder keinen Sportdirektor, musst dann nochmal neu anfangen. Also eigentlich finde ich die Konstellation aktuell ganz gut mit Hitz als Sportvorstand und eben dann Mislintat als Sportdirektor. Und von mir aus darf das jetzt erst auch mal so eine Weile bleiben. Ja, absolut. Gar keine Frage. Also ich hätte es auch kritisch, wenn man dann zwei Personen, die zweifelsohne gute Arbeit leisten, aber das noch nicht langfristig geschafft haben, gleich irgendwie ganz nach oben lobt. Also ja, mal abwarten. Und ich als Fan habe jetzt auch kein Problem damit, wenn der Posten des Vorstandsvorsitzenden jetzt ewig irgendwie frei ist, auch noch drei Monate länger frei ist, wenn man erstmal jetzt in Ruhe einen Präsidenten wählt und dann einfach mal schaut, wer passt denn und wer passt nicht. Weil man stellt sich, warum hätte jetzt noch Robert Schäfer geholt? Also Wolfgang Dietrich hätte noch Robert Schäfer als Vorstandsvorsitzender geholt und dann wäre Dietrich weg und dann hätte man ja auch die Tage vom Schäfer zählen können. Also das... Unter Umständen, ja. Wobei ich gehört habe, dass er weiterhin ein Kandidat sein soll, sofern man da den diversen Medienberichten Glauben schenken darf. Robert Schäfer, weiß ich nicht, habe ich kein gutes Gefühl, kann ich jetzt aber nicht einfach... Robert Schäfer war der, der bei Fortuna Düsseldorf den Vertrag mit Friedhelm Funkel nicht verlängern wollte nach der ersten Supersaison und dann irgendwie darüber gestolpert ist und gehen musste. Also ja, und war... Bei Fortuna Düsseldorf war auch schon bei 1860 München und bei Dynamo Dresden, also ja, eine sehr bewegte Vita und hat ihm eilt der Ruf voraus jetzt auch nicht so der aller empathischste... Ja, so kann man es ganz gut umschreiben. Ich habe noch gelesen, dass Bernhard Häuser, der ehemalige Präsident des FC Basel, ein möglicher Kandidat sein soll. Auch zu dem Namen kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, warum er jetzt unbedingt der geeignete Vorstandsvorsitzende sein soll. Keine Ahnung. Also das fällt mir sowieso schwer, da jemanden zu benennen, der jetzt perfekt passen würde. Weil ich bin halt schon der Meinung, dass du... Das ist eigentlich echt eine schwierige Aufgabe, weil du brauchst Wirtschaftskompetenz, du brauchst aber auch genauso die Sportkompetenz. Und das ist, glaube ich, ganz schwer, da jemanden zu finden, der das vereint und der das gut rüberbringen kann. Du musst natürlich auch ein guter Moderator sein, das ist halt immer so in diesen Positionen. Also das ist schon eine tricky Position, wenn man das mal so sagen kann. Und umso wichtiger finde ich es dann, glaube ich, wirklich, wenn man sagt, wir warten jetzt erstmal die Präsidentschaftswahl ab und unterhalten uns dann nochmal im Januar oder Februar über einen möglichen Vorstandsvorsitzenden, nachdem wir vielleicht da mal mit dem Präsidenten uns kurz geschlossen haben, wie er dann zu Name XY steht. Ja, und wenn man vielleicht noch weiß, wohin die Reise in der Zweiten Liga geht. Das kommt noch dazu, ja. Zeigen alle Zeichen Richtung Aufstieg. Muss man dann vielleicht nochmal im Sommer richtig Geld in die Hand nehmen, um den Kader halt dann zu pimpen. Oder sieht es eher so aus, dass man sich auf eine zweite Zweitligasaison einstellen muss und man eher kleine Brötchen backen muss. Also das spielt ja auch noch so ein bisschen mit rein. Ja, aber ich bin der Meinung, man sollte das nicht überstürzen. Also der Verein hat jetzt wirklich alle Hände damit zu tun, alle Hände damit voll, einen Präsidenten zu finden. Und die AG hat viel damit zu tun, irgendwie den Aufstieg zu schaffen. Und ja, vielleicht tut man sich da keinen Gefallen, wenn man dann zu viele Baustellen einfach eröffnet. Ja, Olaf hat nicht allzu viel für Vereinspolitik, merke ich hier. Der steht neben mir und meckert die ganze Zeit. Aber ja, was soll ich jetzt machen, Olaf? Du bist jetzt einfach gefangen in dieser Diskussion und das ist jetzt einfach jetzt mal Pech. Ich kann jetzt nicht aufstehen. So, jetzt mischt er sich schon wieder mit ein. Das ist unglaublich. Okay, also ganz kurz noch mal zu Jürgen Klinsmann. Okay, ich lasse Olaf ganz kurz raus und dann kommen wir zu Jürgen Klinsmann. Einen Moment bitte. Ja, ja, gerne, gerne. So, bitteschön. So, das Schlimme ist ja, er war vor Sendungsbeginn hier im Studio, wollte dann unbedingt raus, dann haben wir angefangen zu senden, dann wollte er wieder unbedingt rein, nur um jetzt mir auf den Sack zu gehen, dass er wieder raus will. Es ist eine Abzahn. Er will halt seine Sendezeit, die steht ihm auch zu, finde ich. Also ich bin mal gespannt, wie viel Futter du ihm in sein Schälchen tust für das Olaf-Orakel. Ja, stimmt. Am Freitag wird wieder Orakelt für das Spiel gegen Jan Regensburg. Aber dazu kommen wir nachher noch. So, ganz kurz zu Jürgen Klinsmann, der wie gesagt das erstmal so abgelehnt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, weil eigentlich hat er abgelehnt. Ich lese erstmal vor, was er per Mail kommuniziert hat und danach können wir ja ganz kurz nochmal darauf eingehen, was er dann am Sonntag erzählt hat. Also, per Mail habe ich heute dem Präsidialrat des VfB Stuttgart mitgeteilt, dass ich in der jetzigen Führungskonstellation des Vereins für weitere Gespräche für das Amt des Vorstandsvorsitzenden auch für ein anderes Amt beim VfB Stuttgart nicht zur Verfügung stehe. Die gesamte Kommunikation und Korrespondenz, sowohl mit dem Präsidialrat des VfB als auch mit einer Personalberatungsagentur aus München waren für mich nicht zielführend und ohne jegliche Dringlichkeit von Seiten des VfB. So, da möchte ich mal einhaken. Also, Jürgen Klinsmann stellt ja da mehr oder weniger so ein bisschen dem VfB Stuttgart, dass, ja, von der Seite des Vereins wenig kam, ja, dass man sich nicht so richtig bemüht hat um ihn. Und, ähm, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass Klinsmann damit wohl auch ein Problem hatte, dass der VfB sich noch mit anderen Kandidaten unterhält. Er wollte da wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, Exklusivität oder so. Und, ähm, was so ein bisschen gestreut wurde, ich weiß aber jetzt nicht genau, von wem, ist auch das Gerücht, dass Klinsmann relativ hohe Gehaltsforderungen gehabt haben soll. Und auch da meinte man wohl aus dem Klinsmann-Umfeld, das stimmt so nicht, sondern das wurde von, äh, Leuten aus dem Verein gestreut, um ihn so ein bisschen als möglichen Kandidaten zu diskreditieren. Das klingt ja fast schon so wie bei House of Cards, muss man sagen. Also, ist House of Kärtle auf jeden Fall. House of Kärtle, genau. Es ist schon Wahnsinn. Also, was hast du, was wissen wir? So möchte ich sagen. Genau, was wir wissen und was wir nicht wissen. Also, ich glaube, wir wissen, dass Jürgen Klinsmann jemand ist, der, wenn er kommt, dann, ähm, alle Macht haben will und, äh, umstrukturiert und, äh, personell was ändert, strukturell was ändert, also der, der unbequem ist, ne? Und wenn du halt, ähm, beim VfB bist, in der AG und das läuft halt so und läuft halt seit ein paar Jahren und du findest es eigentlich ganz geil, wie es so läuft, auch wenn es sportlich nicht so richtig erfolgreich ist, dann möchtest du vielleicht nicht unbedingt, dass Jürgen Klinsmann kommt. Also, das ist ja mal Fakt. Also, wenn du so ein Freund der Konstanz bist und so, dann, ähm, ja, willst du wahrscheinlich nicht, dass Jürgen Klinsmann kommt. Ähm, und ich glaube, Fakt ist auch, dass Jürgen Klinsmann wahrscheinlich den Job des Vorstandsvorsitzenden nicht für ein Appel und ein Ei macht, sondern schon relativ saftige Gehaltsforderungen hat. Ob die jetzt so hoch sind wie kolportiert, keine Ahnung, aber der wird wahrscheinlich ordentlich Geld sehen wollen und, ähm, und da treffen dann halt irgendwie so zwei, äh, Fronten aufeinander und ich, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es, ja, wie gesagt, ähm, in der VfB AG auch Leute gibt, die jetzt da nicht ganz undankbar sind, ähm, dass er vorerst abgesagt hat, ähm, und die vielleicht dann auch ihren Teil, ähm, dazu beigetragen haben, dass es dann zu dieser Absage gekommen ist, also, dass man ihn halt vielleicht nicht irgendwie, ähm, da total hofiert hat, sondern ihn halt vielleicht auch ein bisschen halt warten lassen, ähm, ähm, und dann auch diesen Umweg gegangen ist über die, ähm, ähm, Personalberatungsagentur, was wahrscheinlich, ähm, ähm, bei Verträgen oder möglichen Verträgen in der Größenordnung üblich ist, aber wenn halt irgendwie so eine Vereinslegende wie Jürgen Klinsmann halt dann, ähm, ähm, ja, zu diesem Präsidialrat kommt, der aus drei Leuten besteht, ist halt die Frage, muss da jemand dann von irgendeiner Personalberatungsagentur aus München dabei sitzen oder macht man das halt, um so ein bisschen Distanz zu schaffen, ähm, da hat es halt mächtig geknirscht, ähm, und es deutet ja viel darauf hin, dass jetzt nicht alle, ähm, total begeistert waren, ähm, wenn Jürgen Klinsmann Vorstandsvorsitzender geworden wäre. Ja, Wilfried Port ist da, Name, den man immer wieder hört, der ja auch selber schon gesagt hat, dass er jetzt nicht der größte Fan davon ist, Ex-Fußballer, äh, ja, in hohen Ämtern irgendwie zu installieren, ähm, schwierig einzuschätzen, weil ich kann mich erinnern, Jürgen Klinsmann hat ein Interview oder ein Statement abgegeben, nachdem er sich zum ersten Mal mit dem Präsidialrat getroffen hat, dass es eigentlich sehr gute Gespräche waren und, ja, wir wissen, Herr Port gehört halt eben zu diesem Rat und von daher würde es mich jetzt wundern, wenn er ausgerechnet derjenige ist, der da falsche Informationen lanciert. Nicht, dass ich ihm das nicht zutrauen würde, grundsätzlich traue ich das jedem zu, dass er da versucht, seine eigenen Interessen, äh, durchzusetzen, aber das macht für mich jetzt wenig Sinn, ja, dass du dich mit Jürgen Klinsmann triffst und man dann eigentlich mit einem guten Gefühl auseinander geht und dann kurze Zeit später dann versucht eben auf, auf, auf so, ja, irgendwelche, oder durch irgendwelche Gerüchte, die man streut, dafür zu sorgen, dass Jürgen Klinsmann dann vielleicht an Standing einbüßt oder so. Also, ich weiß nicht, ob sich da vielleicht auch nicht die ein oder andere Zeitung was aus den Fingern saugt, damit sie was schreiben können, das ist ja auch noch eine Option, da muss ja nicht immer alles von Vereinsseite kommen oder eben dann aus, aus, aus der Klinsmann-Ecke, da würde ich mich jetzt persönlich erst mal mit einer endgültigen, ähm, ja, mit einem endgültigen Urteil zurückhalten wollen, so möchte ich es mal sagen. Ja, absolut, weil ja gerade auch wirklich viele Gerüchte die Runde machen, also, äh, eins, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber wo wir gerade jetzt beim Präsidialrat sind und dann gerade beim Herrn Port, äh, gibt es ja auch das Gerücht, ähm, dass der Herr Port vielleicht gar nicht mehr so lange der, ähm, Vertreter von, ähm, Daimler im Aufsichtsrat des VfB ist, weil es ja, weil er irgendwie auch im, im Konzern selber, ähm, massiv Druck bekommt, weil, ähm, also ich zitiere mal hier kurz, das, äh, das, ähm, Manager-Magazin, ähm, wo, wenn Vorstand Wilfried Port mitmischt, geht es schief. Also es ist jetzt nicht mal auf den VfB bezogen, wo er schon zwei Abstiege begleitet hat, sondern es ist jetzt tatsächlich auf, ähm, den Konzern bezogen, weil er ist irgendwie, ja, ähm, zuständig für, für die Vans, da läuft es irgendwie nicht und dann war er noch irgendwie auch, glaube ich, ähm, mit der, mit dieser X-Klasse da irgendwie, also für ihn läuft es halt bei Mercedes, beim Daimler läuft es halt nicht gut, ähm, ähm, und, ähm, der neue Konzernchef Kalenius ist ja, ja, wie gesagt, neu und auch jetzt, glaube ich, der riesige Fußballfan und, ähm, es geistet der Name Britta Seger, ähm, durch die Foren und Gazetten und die gilt als enge Vertraute, ähm, von Kalenius, ist, ähm, wohl VfB-Fan, ist Vorstand bei Daimler und, äh, Aufsichtsrat der Motorsport-Sparte, ähm, und, äh, ich seh hier mal kurz hier das, äh, Transfermarkt, ähm, de-Forum, ähm, sie wäre, wie man hört, im Vergleich zu Port ein hoher Gewinn an Sozial- und Fachkompetenz im Aufsichtsrat. Ähm, also, vielleicht tut sich auch da noch an der Front was, an der man das irgendwie so gar nicht erwartet hätte. Ja, ist auch nochmal ein gutes Thema, also zum einen natürlich das Port und auch andere, ja, im Endeffekt schon zwei, wie du gesagt hast, Abstiege mit begleitet haben, also auch da kann man sich natürlich überlegen, ob, ob man nicht hier mal ran müsste an diese Positionen, die ja dann doch eine relativ, äh, ja, groß macht, kann man schon sagen, innerhalb des Vereins haben, äh, muss man sich vielleicht auch mal überlegen und ich würde es natürlich auch begrüßen, wenn wir endlich mal eine Frau im Aufsichtsrat hätten, also das für dich fehlt sowieso, äh, also, gut, höre dir jetzt nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. soziale und Fachkompetenz mitbringen, also vor allen Dingen, jetzt im Hinblick auf den Herrn Port Sozialkompetenz, dann wäre das natürlich ein absoluter Gewinn, gar keine Frage. Ja, weil ich glaube rein wirtschaftlich, auch wenn es vielleicht jetzt nicht 100% gut läuft beim Daimler, auch das kann, möchte ich jetzt gar nicht abschließend beurteilen, ist er, glaube ich, wirtschaftlich gesehen schon ein guter Mann, ja, aber, wie du halt sagst, so Sozialkompetenz scheint da jetzt nicht unbedingt sein Steckenpferd zu sein, aber gut, das möchte ich, wie gesagt, jetzt nicht endgültig beurteilen. Der VfB hat sich zu Klinsmann-Absage auch geäußert und hat sich natürlich auch so ein bisschen auf die, ähm, ja, Unterstellung, ähm, oder hat auf die Unterstellung geantwortet, dass von Seiten des Vereins, ich verkürze es jetzt mal, zu wenig kam, und zwar gab es die Äußerung, wir bedauern, dass nach einem ersten konstruktiven Gespräch mit ihm, also Jürgen Klinsmann, nun keine Vertiefung der Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit stattfinden wird. Die Aussagen von Jürgen Klinsmann, dass die Kommunikation nicht zielführend und ohne jegliche Dringlichkeit seitens des VfB gewesen sein soll, haben uns überrascht und sind so nicht nachvollziehbar. Ja, dazu kann ich gleich mal sagen, dass ich das jetzt nicht nur, ähm, äh, von Jürgen Klinsmann gehört habe, dass da irgendwie so ein bisschen, ja, möglichen Kandidaten, äh, der Zuspruch fehlt, beziehungsweise, ähm, das Gefühl, dass man hier wirklich gewollt wird, ja, das konnte ich jetzt schon auch aus anderen Kreisen hören, dass da manchmal, ja eben die Kommunikation nicht ganz so gut ist. An was das jetzt nun liegt, schwer einzuschätzen, aber ich glaube, da hat vielleicht dann auch der Verein, ähm, ja, Verbesserungspotenzial. So würde ich es mal sagen. Genau, wobei wir ja gerade schon gesagt haben, also auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden, gibt es vielleicht auch gar keine Dringlichkeit, aber umso dringlicher wäre es ja, äh, einen Fahrplan festzulegen, dass man sagt, Herr Klinsmann, vielen Dank, hört es total gut an, aber wir wählen jetzt erstmal einen Präsidenten und dann gucken wir weiter. Oder man sagt, nö, wir wollen jetzt schnell was machen und, aber das muss man halt irgendwie auch kommunizieren, also jetzt nicht unbedingt, dann tatsächlich nicht an uns Mitglieder und Fans, aber halt intern, das scheint ja völlig zu fehlen. Also Jürgen Klinsmann erwartet hohe Dringlichkeit und der Präsidialrat sieht keinen Grund für Dringlichkeit, dann, das führt natürlich dann relativ schnell irgendwie zu Missverständnissen. Also, ja, da scheint es irgendwie so an der Kommunikation noch ein bisschen zu mangeln, aber ja, wie man, wie man hört, scheint jetzt der Präsidialrat, der Aufsichtsrat und auch der, der Vorstand jetzt diese Personalie Klinsmann nicht mit allerhöchster Dringlichkeit behandelt zu haben. und das scheint Herr Klinsmann irgendwie für, ja, unabdingbar gehalten zu haben und deswegen ist es jetzt irgendwie gescheitert. Aber wenn man jetzt halt das so hört, was er sagt und was der Verein sagt, es ist ja umso erstaunlicher, dass er sagt, naja, die Tür ist noch nicht ganz zu und mal gucken und so weiter. Schwierig alles. Was ich noch gut finden würde, wenn sich der Verein, ja, auch hier vielleicht so ein bisschen nach außen trauen würde und mal so ein Anforderungsprofil nach außen, ja, durchschimmern lassen würde, was jetzt eigentlich der Verein von dem Vorstandsvorsitzenden, so erwartet. Ich weiß nicht, ob das gar ungebe ist, ja, ob man das so macht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich hier viel zu blauäugig, aber trotzdem, so richtig weiß ich überhaupt nicht, was, oder was für ein Kandidatentyp wird hier eigentlich gesucht. Also, ja, schwer einzuschätzen. Man hört dann so Namen wie Alexander Werle, Robert Schäfer, eben Jürgen Klinsmann und, ich weiß nicht, das sind ja schon andere Typen jeweils und so richtig weiß ich nicht, wen möchte man jetzt da eigentlich installieren, ja, möchte man jemanden mit einer gewissen Strahlkraft, mit einer gewissen Wirtschaftskompetenz, jemand, der hier einfach schon mal im Verein gearbeitet hat, ja, ganz schwer einzuschätzen, welcher Kandidatentyp da gesucht wird und das macht es für mich dann natürlich auch schwer, Namen richtig zu bewerten, ja, vielleicht ist Jürgen Klinsmann genau der Richtige, weil eben auf Außendarstellung wertgelegt wird und, ja, darauf wertgelegt wird, dass sich möglichst viele Mitglieder hinter so einen Vorstandsvorsitzenden stellen, ja, obwohl das natürlich jetzt eigentlich miteinander erstmal nichts zu tun hat, da sind wir nur bei dem Thema AG und e.V., aber, ja, das kannst du ja gar nicht mehr voneinander trennen eigentlich, also, ja, die AG ist, das ist ja im Endeffekt Teil des Vereins, also von daher hat das ja alles miteinander zu tun und ich bin mir schon sicher oder gehe schon mal davon aus, dass man seitens des Vereins schon ein Interesse daran hat, dass die Mitglieder auch mit ihrem neuen Vorstandsvorsitzenden, der dann für die AG tätig ist, sehr gut leben kann, also ich glaube jetzt nicht, dass man da den letzten Unsympathen auf diese Position setzt, aber, ja, abschließend werden wir es dann erst wissen, wenn uns der neue Vorstandsvorsitzende präsentiert wird, ja, müssen wir mal abwarten, wer es dann ist und wann es soweit sein wird. So, jetzt haben wir eigentlich die trockenen Themen hier fast durch, es ist wirklich ein bisschen schwierig, darüber zu diskutieren und zu reden, weil halt, ja, viele Gerüchte draußen rumschwabern und, ähm, es gibt selten konkrete Aussagen seitens des Vereins und wahrscheinlich ist das auch normal. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du mal bei anderen Vereinen mitverfolgt, wie man da mit so Positionen umgeht, ist das etwas, ja, äh, wird das eher in die Öffentlichkeit getragen oder nicht? Nee, ich glaube auch nicht, das läuft, läuft ähnlich ab, aber ich habe mir jetzt so eine Gedanken gemacht, ich meine, wie schön war jetzt die Zeit zwischen dem 15.7. und dem 15.9. ohne Präsident, ne, keine Dietrich-Raus-Banner, ähm, alle waren sich irgendwie einig, alles war gut und kaum kommt irgendwie so das Thema Präsident wieder aufs Tableau mit Bewerbung und hier, dann wird wieder, wird gestritten, ne, Klinsmann, ja, nein, Buchwald, ja, nein und so, können wir nicht einfach ohne Präsident weitermachen? Ich meine, es funktioniert doch jetzt die letzten zwei, drei Monate, ne, muss man halt schnell die Satzung ändern, ähm, dann sollen die, die sich jetzt, ähm, für das Präsidentenamt beworben haben, die werden dann, ähm, kandidieren mit ums, äh, Präsidium, das wird ein bisschen aufgestockt, die wählen dann untereinander, wer in Aufsichtsrat geht und, und dann wäre das doch super, total demokratisch, ähm, und wir haben keinen Präsidenten mehr, über den wir uns ärgern müssen, weil es klappt ja nicht, ne, Dietrich, nicht, war, war nicht gut, ne, Wahler, mit dem sind wir abgestiegen, Mäuser, Katastrophe, also Präsidenten sind ja eigentlich, ist so nicht das Stuttgarter Ding, vielleicht lassen wir es einfach und machen ohne Präsident weiter. So wie Belgien. Ja, und man sieht ja auch bei anderen Ländern, guck, USA, Türkei, Ungarn, Präsidenten, funktioniert nichts, ne, dann, dann doch lieber ohne, ne, lassen wir es doch lieber. Aber, wir werden wahrscheinlich nicht drum rum kommen und müssen einen wählen, umso wichtiger ist es, äh, dass es dann wirklich eine gute Auswahl gibt, wir werden das Ganze natürlich begleiten, äh, begleiten und, ähm, ja, dann, sobald Kandidaten feststehen, auch darüber nochmal so ein bisschen sprechen, äh, Präsidiumsmitglied. und noch kurz gesagt, also wenn ihr zwischen 35 und 75 seid, ähm, und ihr habt, ähm, warte mal, äh, und ihr seid seit, glaube ich, neun Monaten, äh, Mitglied beim VfB, ihr kriegt, äh, 50 Stimmen von anderen Mitgliedern, ähm, zusammen und ihr müsst, ähm, eine mindestens 10-jährige Erfahrung in wirtschaftlichen Angelegenheiten, einer hohen Management-Position oder in einer vergleichbaren Führungsposition und oder im aktiven Leistungssport, ähm, haben, dann könnt ihr euch, äh, könnt ihr euer Interesse für das Präsidentenamt bis Sonntag noch beim Vereinsbeirat hinterlegen. Also ich denke, die 50 Stimmen kriegt man zusammen, jetzt bei den, bei der Qualifikation, ich denke irgendwie so Kassenwart, bei irgendeinem Sportverein, das, das reicht wahrscheinlich. Ne, du musst nur einfach mal so ein Dota-Team irgendwie bei, bei irgendeinem Online-Gaming-Spiel geleitet haben, das reicht im Endeffekt. Ähm, also ihr könnt euch dann, also, ne, und dann könnt ihr in eure Vita schreiben, ähm, zumindestens, ähm, ähm, Kandidat ums Präsidentenamt beim VfB, leider vom Vereinsbeirat abgelehnt. So, und dann gucken wir mal, ob das was wird, für vielleicht andere Positionen dann später mal. Das, das könnte ja interessant sein, dass man sagen kann, hier, wir haben uns da beworben, oder ich hab mich da beworben, bin nur knapp gescheitert. Wollt ihr mich jetzt? und dann bin gescheitert, genauso wie zum Beispiel Guido Bruchwald oder so. Ja, total gut, oder? Also, Wahnsinn. Ja, das ist, das ist gut. Wahnsinn, bewerbe ich mich noch schnell. Also, äh, abschließend noch Präsidiumsmitglied, ich hab's vorhin kurz angerissen, wird natürlich auch gewählt am 15.12. soweit ich weiß, kann man sich sogar auch dafür noch bewerben, oder? Gab es da nicht mal die Anfrage an, äh, den Service-Account auf Twitter, an den Service-Account des VfB auf Twitter, ähm, ob man sich theoretisch als Präsidiumsmitglied noch bewerben kann, oder beziehungsweise welche vorschlagen kann, oder hab ich das jetzt komplett? Ja, irgendwas war da, ne? Ja. Aber irgendwie so diese, diese Präsidiums, äh, Mitgliedswahl, das ist, ähm, völlig in den Hintergrund gerückt. Fühlt sich an wie so ein Fossil aus Dietrich-Zeiten, Ich hab dann auch diese, äh, VfB im Nicht-Dialog, Veranstaltung, so im Hinterkopf mit, mit vorformulierten Fragen und vorformulierten Antworten und so. Ganz furchtbar, ne? Das passt irgendwie so gar nicht mehr zum VfB. Im, äh, Herbst 2019. Man wünscht sich eigentlich so wie beim, wie beim Tennis irgendwie zwei neue. Ja, genau. Aber, äh, ja, wir werden, also im Dezember wird es wahrscheinlich die Wahl geben zwischen, ähm, Gas und Mutschler und, äh, da werden wir uns dann für einen der beiden, äh, Herren entscheiden müssen. Und das ist ja, wie gesagt, irgendwie so ein Fossil aus Dietrich-Zeiten, also für mich ist irgendwie jetzt so keiner der, der Knaller, ähm, naja, gucken wir mal. Äh, unser Trainer Tim Weider hat sich ja da schon positioniert und hat gesagt, bei uns gibt's nur ein Gas und das ist Vollgas. Also von daher, das hat auch schon eine Wahlefehlung abgegeben. So, und, äh, und, äh, letztes vereinspolitisches Thema und dann kann ich endlich hier diese, äh, ja, dieses Glatteis verlassen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich da erstmal wieder reingerufen in das ganze Thema Vereinspolitik und das ist wirklich, ah, das fühlt sich an wie so ein, wie so ein Stück Seife, ja, man kann sich nicht richtig packen, dieses ganze Thema, man hat hier was gehört und da was gehört und sobald man was sagt, hat man das Gefühl, dass irgendjemand direkt, äh, sich mit dir in Verbindung setzt und sagt, hey, das stimmt aber so nicht. Dabei sage ich schon immer dazu, man hat halt nur gehört und vermutet und, äh, Gerüchte und so, deswegen, ähm, ja, bin ich ganz froh, wenn wir dann gleich wieder über Sportliche sprechen können, aber, ein Thema, wie gesagt, möchte ich noch ganz kurz mit dir besprechen und zwar, wird es dir ja nicht entgangen sein, der VfB Stuttgart hat inzwischen knapp 70.000 Mitglieder und, äh, ja, bei solchen Mitgliederversammlungen sind in der Regel, ja, vielleicht mal so 4.000, wie viele waren jetzt im, äh, Juli vor Ort? Weißt du es noch? Nee, waren 6.000? 4, 5 oder so, mehr, mehr waren es gar nicht, ne? Ja, also es ist immer nur ein verschwindend geringer Anteil von den Leuten, die eigentlich wahlberechtigt wären, natürlich liegt es auch daran, dass nicht jeder Bock hat, von, weiß ich nicht, Buxtehude nach Stuttgart zu fahren für eine Mitgliederversammlung, die 14 Stunden geht, unter Umständen, ähm, und da ist das Thema natürlich Abstimmung übers Internet immer interessanter, ja, und wir haben uns ja auch schon mal so ein bisschen Off-Air darüber unterhalten, was wir davon halten und ich habe gedacht, wir werden die Diskussion mal ganz kurz aufgreifen und On-Air führen, denn, ähm, im Prinzip bin ich natürlich gegen jegliche Abstimmung, ähm, die elektronisch stattfindet, wir haben das ja sehr gut gesehen, dass das eben kein zuverlässige, oder keine zuverlässige Wahlmethode ist, und ich glaube einfach so Karten in die Luft strecken, ist, ist halt einfach immer noch am einfachsten und am nachvollziehbarsten, ähm, dazu kommt, dass ich auch überhaupt keine Kontrolle habe, ja, wenn, wenn zum Beispiel übers Internet gewählt wird, wer, oder zählte meine Stimme, so möchte ich es erstmal sagen, und, ähm, wurde die dann auch dem Kandidaten zugeschrieben, den ich gewählt habe, also, da fehlt halt auch wieder die Transparenz, nichtsdestotrotz, finde ich, muss man irgendwie eine Lösung finden, wie man, ja, knapp, äh, 65.000 Mitglieder trotzdem mit ins Boot holen kann, ohne, dass die vielleicht direkt vor Ort sein müssen. Wie siehst du es da? Ja, also, natürlich ist es halt, ist es halt, äh, einerseits fühlt es sich relativ undemokratisch an, wenn von 70.000 stimmberechtigten Mitgliedern am Ende dann nur 4.000, ähm, also weniger als, äh, ja, vielleicht irgendwie 6, 7 Prozent, äh, bestimmen, was passiert, ähm, andererseits sehe ich die, äh, Online-Abstimmung oder Abstimmung per Briefwahl, also Televoting in irgendeiner Art und Weise, total kritisch, gar nicht, also auch wegen der, der technischen Hürde und der Verlässlichkeit, ähm, aber auch, ähm, dadurch, dass halt der VfB auf diese 70.000 Mitglieder halt die komplette Kommunikationshoheit hat einfach, ne, also, die könnten jetzt, wenn man es ihnen, wenn man jetzt irgendwas unterstellen will, dann am Tag vor der Wahl täglich irgendwelche, ähm, Newsletter mit Gutscheincodes raushauen und so weiter. Ja. Und diese Möglichkeit hat eine Opposition, nenne ich es jetzt mal, hat, hat sie einfach nicht und man hat ja im, im Juli ganz deutlich gesehen, was eine Stimmung vor Ort ausmachen kann, was gute Redebeiträge ausmachen können und wie dann eine Stimmung kippen kann, und das, das erfährst du nur live, das fühlst du nur live, das kriegst du auch nicht mit, wenn du einen Livestream siehst, ne, das, das geht nur live, ähm, und deswegen bin ich total gegen irgendwie Online-Voting oder Briefwahl oder sonst was, ähm, es müsste irgendeine Art von Zwischending geben, also du sagst, du machst eine Mitgliederversammlung, im, im Neckarstadion sitzen 5000 Leute und dann lädst du halt irgendwie ein in, weiß ich nicht, Sporthallen oder, oder sonst was, auf der Schwäbischen Alb, im Hohenloischen, wo immer auch VfB-Fans sitzen, wo dann halt Mitglieder zusammenkommen und gucken sich irgendwie ein Livestreamer und können dann da, da wählen, also das wäre für mich vielleicht noch irgendwie, ähm, so, so ein Mittelding, ähm, aber zu sagen, hey, wählt per Briefwahl ab oder wählt online ab und vor allen Dingen halt, per Briefwahl wählt man ja dann, wie bei der Bundestagswahl eigentlich, vor dem Wahltag ab, das heißt, die Leute würden ja abstimmen, bevor sie überhaupt die Redebeiträge gesehen haben und das ist für mich ein komplettes Unding und, ähm, Ja und so ein Club ist halt, ist halt ein Unternehmen, ja, aber so ein paar Anachronismen haben wir halt drin und ich finde, äh, zu diesen Anachronismen gehört halt auch, dass die Leute halt ihren Arsch einfach dann ins Stadion bewegen müssen, wenn Mitgliederversammlung geht es und wenn sie was zu sagen haben wollen, dann müssen sie halt da sein. Inwieweit könnte man das über die offiziellen Fanclubs organisieren? Das ist natürlich vielleicht auch noch ein Thema, aber wenn du sagst, Ja genau, aber sowas meine ich halt, du hast irgendwelche solche Hubs, wo du sagst, hey, wir haben halt irgendwie in Baden-Württemberg, ich glaube außerhalb von Baden-Württemberg kann man es relativ vernachlässigen, haben wir halt irgendwie 20, 25 Hallen oder so, kommt hin, guckt euch den Livestream an und dann könnt ihr halt da irgendwie abstimmen. Also, wird technisch vermutlich im Leben nicht funktionieren, weil nicht mal eine Abstimmung im Stadion funktioniert, aber das wäre für mich so ein Weg, der funktionieren könnte. Also, die müssen involviert sein. Man darf halt nicht am Tag vor der MV oder drei Tage vor der MV sein Kärtchen einschmeißen können und sein Kreuz gemacht haben bei Wolfgang Dietrich bei Präsident. Das kann halt nicht sein. Aber was ich fordere, muss ich ganz ehrlich sagen und ich finde, das ist auch inzwischen, das muss klappen einfach, ist, dass man die Mitgliederversammlung ins Netz stellt. Das muss nicht auf YouTube sein, das kann dann über VfB TV sein und man muss sich mit der Mitgliedernummer einloggen oder so. Aber ich finde, das geht gar nicht mehr, dass die Mitglieder nicht die Möglichkeit haben, sich die Mitgliederversammlung nachträglich oder mindestens live anschauen zu können. Also, das muss eigentlich jetzt, das muss eigentlich schon im Dezember. Aber ich bin der Meinung, bei anderen Klubs geht das auch. Also, bei Bayern München weiß ich, dass es das gibt. Ja, und bei jetzt jedem Bundesligisten weiß ich es nicht. Ist mir auch scheißegal, ob das bei anderen geht, sage ich dir auch so, wie es ist. Ich möchte einfach, dass mein Verein, ja, da dann den richtigen Schritt in die richtige Richtung macht. also das, weißt du, du kannst nicht auf der einen Seite da die ganze Zeit die Leute werben, sie sollen endlich Mitglieder werden und das weiß ich. Und dann ist dir im Endeffekt scheißegal, wie die Mitglieder, so eine Mitgliederversammlung verfolgen können. Das geht für mich nicht. Und ich kann sogar damit leben, wenn man sagt, okay, Videomitschnitt gibt es nicht, es gibt nur Audio oder so. Ja, kann ich auch mitleben, ganz ehrlich. Aber man muss es sich, man muss es sich mindestens anhören können. Am besten wäre natürlich anschauen. Und in der heutigen Zeit ist das mit Sicherheit technisch machbar, dass man eben dann über den Mitgliedsausweis, ja, dann Zugang aufmacht. Ja, das muss kommen. Ja, auf jeden Fall, das hat man ja gemerkt, das Signal der letzten Wochen und Monate ist ja wirklich mehr, mehr Transparenz, mehr Ehrlichkeit. Da muss was passieren und das spiegel, ja, geht ja in alle Bereiche rein und natürlich muss eine Mitgliederversammlung eigentlich für jedes Mitglied mitverfolgbar sein, selbst wenn man nicht abstimmen kann, obwohl man Mitglied ist, aber auch, wenn ich irgendwie auf, weiß ich nicht, Fehmarn wohne oder in den USA oder sonst wo, habe ich ja als Mitglied das Recht, die Mitgliederversammlung verfolgen zu können. Ich kann da vielleicht nicht abstimmen, aber warum kann ich es nicht live dann mir angucken? Also ich logge mich da mit meiner Mitgliedernummer ein und dann läuft das oder sollte zumindest laufen. Ja, also da muss was kommen seitens des Vereins. Gut, wir haben euch dazu aufgerufen, die STR-Mailbox anzurufen, 0711 für Stuttgart 25-28-16-04 und uns zu erzählen, was ihr so von einem möglichen Präsidentschaftskandidaten erwartet. Ich muss sagen, diese Aktion ging gründlich daneben. Das haben nur zwei Leute sich zu diesem Thema geäußert. Moritz, sehr ausführlich, vielen Dank dafür, den werdet ihr jetzt auch gleich etwas länger hören, weil ich finde, seine Punkte, ja, die kann man eigentlich direkt ungeschnitten so versenden. Also werdet ihr Moritz Beitrag dann nachher auf jeden Fall hören. Der Rest beschäftigt sich dann schon etwas mit dem fußballerischen Tagesgeschehen. Da geht es dann um ja Probleme, wie zum Beispiel, ja, was man mit Santi Ascaciba jetzt machen wird und wie es im Sturm weitergeht, wo sich ja ein gewisses Überangebot ja abzuzeichnen scheint. Also, wir hören mal in die neue STR-Mailbox-Ausgabe rein und sprechen dann noch kurz darüber. Jetzt mal ganz ehrlich, wer hat diese scheiß Länderspielpause erfunden? Ich rufe an aus dieser unglaublichen nervigen Länderspielpause direkt zu Beginn der Saison. Das ist ich. Ihr hattet ja gebeten um die Meinung und die Anforderungen an den neuen Präsidenten. Da wäre mir halt zum einen wichtig, dass er auf gar keinen Fall, auf niemals nicht aus diesem unsäglichen Stuttgarter Unternehmensumfeld kommt. Also sei es jetzt, weiß ich nicht, Porsche, Daimler, Kärcher, Wirt, der soll ein bisschen innovativ sein, gerne bereit sein, alte Seilschaften zu kappen, sich eben auch nicht von diesem Unternehmensumfeld manipulieren und einschüchtern lassen. Ich halte auch nichts davon, dass man da eben einen Ex-Spieler hinsetzt, der auch wieder diesen Stallgestank hat, wie ein Buchwald oder ein Berthold oder wer auch immer sich da selber ins Gespräch gebracht hat. Mir wäre auch wichtig, dass er sich gerne klar gegen Nazis und gegen Homophobie und gegen alle anderen Formen von Extremismus positioniert. Leider hat Jungs Klinsmann ja dem VfB-Schuss mit einem Kopf gegeben, was ich persönlich sehr schade finde. Zu dieser Klinsmann-Aufsichtsrat-Debatte, die da gerade rumgeistert, ja meine Fresse, ich glaube, ich habe es auf Twitter gelesen, wer schon so einen Unruhe in den Verein bringt, in dem er absagt, der ist vermutlich auch hier Federnplatz. Ich finde, da muss man jetzt auch nichts vom Zaun brechen, wenn man da keine optimale Lösung findet, dann sollte man halt auch einfach sein lassen und warten, bis da jemand kommt, der ja zum Verein passt. Ich finde es super, Wurzli und Rikki, dass ihr dieses Thema Innenverteidigung angesprochen habt. Ich wollte nur sagen zum Santi, mir hat es nicht gefallen, dass ihr den so hochgehypt habt, weil bei uns ist jeder Spieler wichtig. Wenn man schon den Abusia hat, warum soll man den dann nicht irgendwann mit ins Boot schmeißen? Wir gewinnen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft. Ich bin der großen Meinung, dass man den eigentlich schon als zweiten oder dritten Innenverteidiger sehen kann. Ich finde es richtig gut, dass ein Trainer mal zu dem steht, was er sagt. Zum Thema, mit welchen Stürmern spielt man immer nicht. Ich glaube, sobald Kalajic und alle wieder topfit sind, kriegen wir da ein richtiges Luxusproblem, um das uns der ein oder andere Bundesligist auf jeden Fall beneiden wird. Ich würde aber sagen, den Stil aus Wamagituka, den würde ich gerne kaufen für den FC Bayern. Meld dich doch mal. Ich spreche Silas Wamagituka. Ich freue mich auf euch. So, also da wird sogar noch aufgeklärt, wie man Silas Wamagituka richtig ausspricht, auch wenn der gute Silas selber noch so das ein oder andere Problem hatte mit seinem Nachnamen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wissen wir es also nicht, ich sage es gar nicht mehr, wie wir es sonst ausgesprochen haben, sondern Wamagituka. So wird er richtig ausgesprochen. Sebastian, ich hoffe, du hast es auch geübt, denn spätestens in zwei Wochen musst du es ja lauthals dann brüllen vor dem Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Auf jeden Fall. So, dann bin ich ja froh, dass du das gemacht hast und den Namen jetzt richtig aussprechen kannst. Und wir wollen noch ganz kurz über die Mailbox sprechen. Nochmal die Nummer 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Ihr könnt jederzeit anrufen, egal welches Thema ihr habt. Also wenn ihr zum Beispiel gerade in Stuttgart unterwegs seid und ihr trefft da den, weiß ich nicht, Mario Gomez, ruft einfach an und erzählt uns, wo ihr Mario Gomez getroffen habt. Oder ihr habt euch ein neues Fan-Utensil gekauft. Wer weiß schon, was es da alles gibt in dieser verrückten Fan-World beim VfB Stuttgart. Vielleicht habt ihr irgendwas ganz Spektakuläres ergattern können und möchtet darüber berichten. Dann 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Vielleicht gefällt euch auch die Aufstellung für das Spiel gegen Jan Regensburg nicht. Beschwert euch. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Und natürlich sind da natürlich die berühmt-berüchtigten Analysen direkt nach und während dem Spiel immer wieder gern gesehen auf der STM-Mailbox. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Ihr merkt, Ricky war mit den zehn Anrufen total unterfordert. Er schneidet normalerweise irgendwie 40 bis 50 und jetzt waren es zehn Anrufe. Er war halt komplett unterfordert und hatte da dann auch, ich habe es aber gemerkt, er hatte da noch drei Anrufe mit verstellter Stimme selbst gekriegt, damit es mehr wird. Aber die haben wir jetzt nicht mit reingenommen. Ja, die habe ich nochmal rausgeschnitten. Die habe ich sicherheitshalber auf Halde. Meine Frau hat gesagt, sie wird demnächst anrufen, wenn wir sagen, wir machen eine Zwei-Stunden-Sendung und dann hat sie gesagt, wenn es dann länger als drei Stunden dauert, dann wird sie auch mal anrufen. Okay, dann achte ich darauf, falls während der Sendung das Telefon ja schellt und eine Nachricht kommt, dass die Mailbox wieder bespielt wurde. Gut, ganz kurz noch über die Mailbox. Großen Dank an Moritz, wir haben ja schon eingangs gesagt, also zu Beginn der Mailbox, dass wir im Endeffekt genau das unterschreiben, was er da so gesagt hat. Da waren viele kluge Sachen dabei, deswegen haben wir das auch relativ ungeschnitten so übernommen und wir haben ja dann auch im Themenblock Vereinspolitik über die meisten Dinge schon gesprochen. Ja, und man kann, denke ich mal, sagen, die Positionen, die Moritz hier aufgezählt hat, was ihm wichtig ist an einem VfB-Präsidenten, die übernehmen wir eigentlich komplett. Oder, Sebastian? Ja, absolut. Stallgeruch schreckt erstmal ein bisschen ab und auch so Unternehmerumfeld schreckt erstmal ein bisschen ab, wobei ich jetzt auch sagen möchte, dass jemand, der aus dem Stuttgarter Unternehmerumfeld kommt, nicht automatisch ein schlechter Präsident sein muss. Der kann auch der beste Präsident aller Zeiten sein, aber die Vergangenheit lehrt einen ja, dass es halt irgendwie meistens ein bisschen schwierig ist mit Personen, mit diesem Background irgendwie und deswegen wünschen sich viele Fans und auch wir glaube ich irgendjemanden, der so ein bisschen so ein Quereinsteiger, der von außen reinkommt und mit dem ganzen Klüngel da nichts zu tun hat. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und bekenne hier Farbe. Ich hätte nichts gegen ein Duell Vogt gegen Klopfer. Muss ich natürlich sagen. Absolut, aber da würde ich ganz, 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 ganz viel Geld drauf beten, dass es dazu nicht kommt. Ich wäre schon froh, wenn einer der beiden später auf der Kandidatenliste Wie gesagt, wenn keiner von den beiden in der Verlosung am Ende ist, dann wird sich der Vereinsbeirat erklären müssen, warum nicht. Und vielleicht haben sie ja auch gute Gründe, warum keiner von den beiden dabei ist. Gar keine Frage, kann ja sein. Aber das ist ja der Vorteil dabei, dass die zwei ihre Kandidatur, ihr Interesse und ihre Bewerbung öffentlich gemacht haben, dass man einfach nicht sagen kann, nö, da war nichts, sondern ja, da war was und wenn die zwei da nicht dabei sind, dann muss man erläutern, warum nicht. Und das ist gut, finde ich. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Dann kommen wir noch zu einem Thema, das aufgekommen ist, und zwar, dass wir Santiago Azcaciba so hochgejubelt hätten. Das liegt natürlich an dir, Sebastian, weil du gesagt hast, du hast hier ein Trikot und er muss auf jeder Position im Endeffekt die erste Wahl sein. Ich spitze jetzt ganz bewusst zu. Nee, ich glaube, da wurde unsere Aussage etwas fehlinterpretiert. Also, wir sehen es natürlich auch so, ich spreche jetzt mal für dich, Sebastian, dass Santiago Azcaciba sich dem Leistungsprinzip unterwerfen muss, aber im Prinzip ist dieser Spieler einfach für die Mannschaft rein von der Mentalität her schon ein Mehrgewinn. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Position im linken oder rechten Mittelfeld und vielleicht auch nicht unbedingt jetzt im zentralen Mittelfeld, jedenfalls nicht, wenn es in die Offensive geht, aber als klassischer Sechser und von mir aus auch als Achter ist ein Santiago Azcaciba mit das Beste, was du in der zweiten Liga finden wirst. Wenn nicht sogar der beste Spieler auf dieser Position. Also, da würde es mich wundern, wenn es da Experten gibt, die sagen würden, ja, so ein Santiago Azcaciba, der hat keine Chance gegen einen Atakan Karasor. Es sind zwei unterschiedliche Spielertypen, gar keine Frage und wie gesagt, es gibt das Leistungsprinzip, aber ich erkenne jetzt nicht unbedingt, dass Karasor Santiago Azcaciba hier innerhalb von fünf oder sechs Pflichtspielen komplett vergessen gemacht hat, ganz im Gegenteil. Also, der Karasor hat mich auch noch nicht endgültig überzeugt als Sechser und muss, oder ein Santi muss sich da definitiv nicht hinter ihm verstecken. Genau, und meine Perspektive ist ja auch die, dass man das Ganze langfristig betrachten muss und in der Hoffnung, dass wir nächste Saison dann wieder in der ersten Liga spielen und dann gegen Teams wie Bayern München oder Leverkusen oder Dortmund, wo wir nicht so viel Ballbesitz haben werden, auch wenn Tim Walter dann auch Trainer sein sollte, braucht man halt jemanden, der dann halt den starken Gegenspielern den Ball irgendwie abnimmt und da gibt es dann vermutlich keinen besseren als Santi Azcaciba und deswegen hätte ich es jetzt schwierig gefunden, ihn in dieser Transferperiode noch abzugeben, nur weil jetzt halt ein Karasor halt ihm jetzt den Rang erstmal abgelaufen hat. Also, ich finde, man muss es halt von Personalien oder von neuen Personalien unabhängig einfach ein bisschen langfristig betrachten und da kann Santi Azcaciba noch wahnsinnig wichtig sein. Ich meine, der spielt aktuell nicht zu Unrecht dann U23 Nationalmannschaft für Argentinien und ich weiß noch, vor einem Jahr oder so sagte man, ja, der ist in einer Später zur Nationalmannschaft und wird vielleicht ein neuer Kapitän und so weiter. Also, der hat großes, großes Potenzial und ich hätte es halt fatal empfunden, wenn man ihn jetzt hätte gehen lassen, nur weil der neue Trainer jetzt am Anfang vielleicht nicht so hinter ihm steht und da muss man eine strategische Entscheidung treffen, die ist jetzt gefallen und jetzt muss man halt gucken, was mit dieser Suspendierung aus disziplinarischen Gründen war, wie die begründet ist, was die für das Spiel gegen Regensburg bedeutet, ob er dann wieder mit dabei ist oder erstmal außen vor ist. Und, ja, und klar, das Trikot, das kaufe ich mir. Da warte ich drauf. Ja, wir müssen irgendwie ein Poll machen, ob wir jetzt Heimtrikot oder, also, es sind ja alles Heimtrikots. Richtig, ich wollte gerade schon sagen. das Ausgangsheimtrikot oder das Ausweichheimtrikot, ob es das werden soll, da bin ich mir echt noch unschlüssig. Wir lassen die Katze entscheiden. So einfach ist das nämlich. Gut, mal gucken, wie das ausgeht. Ich lasse dir noch ein bisschen bedenkt Zeit, ob du es wirklich so haben möchtest. Abschließend noch zur Santi-Geschichte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein junger Spieler da gestärkt raus vorgehen kann, wenn es mal nicht immer rund läuft. Man darf ja nicht vergessen, er kam hier nach Deutschland zum VfB, ist seitdem eigentlich unumstrittener Stammspieler und hat auch eine gute Entwicklung genommen. Ich bin trotzdem der Meinung, er hat in den letzten Monaten etwas stagniert und ich finde es okay, wenn man jetzt dann vielleicht ihn auch so ein bisschen kitzelt und bei der Ehre packt und sagt, hey, du musst dich genauso hinten anstellen wie jeder andere auch, du bist bei mir nicht gesetzt, aber du kannst dich natürlich in die Mannschaft spielen und vielleicht geht er sogar gestärkt aus dieser Phase hervor, müssen wir mal abwarten. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass so ein Typ, wir kennen ihn ja jetzt dann auch vom Charakter so ein bisschen, jedenfalls was das Sportliche angeht, dass der dann einfach den Kopf in den Sand steckt und sagt, ja komm, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken, im Winter gehe ich dann. Also ich glaube schon, dass Santi, wenn er dann morgen am Dienstag wieder Tor Tim Walter zeigen will, dass er an ihm nicht vorbeikommt, da bin ich gespannt. Es gibt noch eine Baustelle, möchte ich mal in Anführungsstrichen sagen, eine Luxusbaustelle, möchte ich fast schon sagen, die auch in der STR-Mehlbox thematisiert wurde und zwar das Sturmproblem, so kann man es vielleicht umschreiben, so wurde es glaube ich auch auf der Mehlbox bezeichnet, man habe fast zu viele gute Stürmer. Ich sehe es ein bisschen anders, Sebastian, ich bin der Meinung, wir sind eigentlich gar nicht so gesegnet da vorne im Sturm, weil wir mit Hamadi Al-Ghadoui und Mario Gomez zwei sehr ähnliche Spielertypen haben, Al-Ghadoui lässt immer mehr durchblicken, dass er mit dem Ballbesitz-Fußball vielleicht von allen Stürmern noch die größten Probleme hat, das ist ja ein Stürmer, der seine Tore in der Regel macht, aber ich glaube nicht so selbstverständlich, wie das noch letzte Saison bei Regensburg der Fall war und Mario Gomez, ja da kann man auch drüber streiten, ob der nochmal einen großen Aufschwung in der zweiten Liga erleben wird oder nicht und dann sind wir halt eben bei zwei sehr jungen Spielern, die definitiv auch Leistungsschwankungen haben werden, zum einen Silas, zum anderen Nico Gonzalez, den jetzt zwar gerade alle hypen, aber ich kann mich erinnern, in der 70. war es glaube ich gegen St. Pauli, da hat man schon wieder davon gesprochen, dass der Typ nun überhaupt gar nichts mehr bringen wird hier, der versiebt reihenmäßig die Chancen oder serienmäßig und der wird dem VfB nicht groß weiterhelfen, also da kann sich das Blatt relativ schnell wenden, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass der VfB Stuttgart in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 12 Monaten da ein richtiges Luxusproblem haben wird im Sturm, wie siehst du es? Nee, also wie gesagt, du hast zwei vorne, die gleich sind, Al-Gadoui und Gomez, also quasi einer, einer von den beiden spielt vermutlich und dann viele junge Spieler, die noch relativ unstet sind, ein Problem würdest du halt wirklich bekommen, wenn jetzt jeder immer performt, wenn er Spielzeit bekommt, dann kriegst du sicherlich ein Problem, aber auch das hat ja, da zeigt sich ja der Vorteil der Einkaufspolitik von Miss Lintat, dass du ja auch jetzt nicht viele etablierte Spieler geholt hast, die auf Einsatzzeit pochen, sondern auch Spieler geholt hast, die sich dann natürlich auch auf die Bank setzen, ohne zu murren, also natürlich nicht ewig, aber erst mal und nee, deswegen glaube ich auch nicht, dass man da jetzt so ein wahnsinniges Problem bekommt und wenn wir dann irgendwie vier, fünf Stürmer haben, die alle zum Hinrundenende dann irgendwie sieben Tore und fünf Assists haben und sich dann gegenseitig beschweren, weil sie nicht spielen, dann kommt es dem VfB ja eigentlich auch nur zugute. Also das werden wir natürlich weiter beobachten, gar keine Frage und mal gucken, vielleicht entwickelt sich's ja zum Luxusproblem, ich hätte nichts dagegen, sag ich schon mal dazu. Absolut, wir brauchen mehr Luxusprobleme. So sieht's aus, also ruft weiter an, hier auf der STR Mailbox 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 und wir freuen uns schon auf die Ausgabe dann in der kommenden Woche. Gut, dann gucken wir noch ganz kurz auf ein unglaubliches Turnier, das am Freitag stattfand, das legendäre oder der legendäre Drei-Ligen-Cup fand statt und Sebastian, als ich da in die Arena eingelaufen bin, konnte ich meinen Augen kaum glauben, glauben, denn ja, im Endeffekt war die Arena leer, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da. wie man in Leipzig sagt, ausverkauft. In Leipzig hätte man von einem rauschenden Fußballfest gesprochen, aber so war es dann für unsere VfB-Verhältnisse doch etwas müde und mau. Du erinnerst dich vielleicht noch an das Finale der A-Junioren. Ja, da war es voll, da war es richtig voll. Ja, genau, da war es wirklich extrem voll und als ich da ankam an der Arena und ich eigentlich direkt davor parken konnte, wusste ich schon, entweder habe ich mich im Termin gehört oder es ist halt einfach nichts los. Letzteres war der Fall, war ich ein bisschen enttäuscht, also da hätten ruhig ein paar Leute mehr kommen können. Es ist immer eine gute Möglichkeit, da relativ dicht am Spielgeschehen dran sein zu können und die Profis dann auch mal von Nahen zu sehen, vielleicht auch gar nicht so schlecht für Familien mit Kindern. Immer ging das los, Freitagabend, 18 Uhr, 16 Uhr? Naja, 17 Uhr spielte dann Lustenau gegen Groß Asbach, eine Partie, die man nicht verpassen darf im Endeffekt. Deswegen bin ich auch direkt so früh losgefahren, weil ich das Spiel natürlich nicht verpassen wollte. Also wann kann man diese Partie schon mal sehen? Dachte ich mir, da musste einfach Gas geben, hab dann trotzdem die ersten 20 Minuten verpasst. Ja, bislang konnte ich kein Bitmaterial finden online, vielleicht gelingt mir das noch, vielleicht hat irgendjemand mitgeschnitten. Nein, ich war es beiseite. gerade noch abseits des Fußballs, eine kleine Anekdote zu Lustenau erzählen, weil wir sind ja gestern Abend nach Hause gefahren, von der Rivera-Küste nach Hause und da vorm Gotthardtunnel so wahnsinnig viel Stau war, sind wir halt so weiter östlich gefahren und über San Bernardino und dann fährt man ja so durch oder an Lichtenstein vorbei und fährt halt Richtung Bregenz und fährt dann von der Schweiz nicht nach Deutschland über die Grenze, sondern fährt von der Schweiz nach Österreich über die Grenze. Was total gut ist, weil man dann über die Autobahn total schnell nach Bregenz kommt, das Problem war, unser Pickerl war abgelaufen, das hatten wir irgendwie im Frühjahr und wir waren dann, da wir ja Schwaben sind oder ich bin zumindest jetzt irgendwie eingeheirateter Schwabe, haben dann gesagt, für 30 Kilometer Autobahn kaufen wir jetzt keine Plakette, wir programmieren jetzt ins Navi ein, fahren uns nach Hause und keine Mautstraßen. Haben wir dann gemacht, es hat eine halbe Stunde länger gedauert, eine halbe Stunde, das machen wir jetzt halt und dann sind wir tatsächlich durch Lustenau gefahren und relativ lange, weil Lustenau hat 20er-Zonen vor Schulen mit Blitzer, die auch am Sonntag aktiv sind und wir sind dann total lange durch Lustenau gefahren, also ganz schöne Städtchen und ich habe sogar in Lustenau getankt in der Stadt des Dritten des Drei-Liegen-Cups, fand ich total schön. Das war schön, ja. Ja, super. Könnte man in der Stadt noch was von diesem Triumph erkennen? Also kein Konfetti, keine Gelanden mehr, also ich denke, die haben halt schon hart gefeiert, aber die haben es dann echt gleich gar nicht wieder total aufgeräumt, aber Lustenau relativ schönes Städtchen. Für Lustenau war einfach schon die Teilnahme ein Erfolg, muss man sagen. Absolut, ja. Gut, also Spaß beiseite. Ich habe mich natürlich schon so ein bisschen darauf gefreut, den VfB jetzt hier beim Kicken zuzugucken. Die Gegner versprachen dann auch einfach ein gewisses Tor-Festival, muss ich ganz ehrlich so sagen. So bin ich, oder mit der Einstellung bin ich da hingegangen, dass man da auch mal sehen kann, was der Offensivfußball von Walter vielleicht im Stande ist zu leisten und ich wurde dann wirklich also massiv enttäuscht, muss ich sagen. Also gerade das erste Spiel gegen Lustenau, man muss mal kurz nochmal das aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe, Groß Asbach hat im ersten Spiel gegen Lustenau gespielt und 4-1 gewonnen, in 45 Minuten, muss man dazu sagen. Und ich habe echt gedacht, mein Gott, die zweite österreichische Liga, also hobbymäßig könnte ich da glaube ich mitmachen, war mein Eindruck. Und deswegen dachte ich, der VfB wird die gehörig aus dem Stadion oder aus der Arena bomben, so muss man es sagen. Es war aber überhaupt nicht der Fall. Also natürlich hat der VfB viele Chancen gehabt und ging auch relativ fix in Führung. 1-0 durch Gomez, 2-0 durch Nathaniel Phillips, der übrigens Natalianiel Phillips ausgesprochen wird in Großasbach. Okay. Ja, komm mal machen. Das war manchmal schon ein bisschen unterhaltsam. Aber gut, also nach 20 Minuten sah das relativ deutlich aus und auch von den Chancen war da mehr drin. Gar keine Frage. Aber, was mich richtig angekotzt hat, war diese läppsche Art, mit der Fußball gespielt wurde. Und im ersten Spiel gegen Lustenau stand da wirklich eine Top-11 auf dem Platz. Stenzel, Kempf, Philipps, Insua, Castro, Didavi, Förster, Vamankituka, Gomez, Klimowitz. Das sind alle Spieler, die jederzeit in der zweiten Liga in der Stadthelf stehen könnten. Und dafür war es mir zu wenig. Ich möchte mich jetzt nicht auf Daniel Didavi einschießen, aber er ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass er dann hier und da mal ein bisschen, ja, ja, unzufrieden damit war, dass die Lustenauer ihm da auch wirklich den Ball mal wegnehmen wollten. Also da gab es eine Szene, da wollte er ins Dribbling gehen, blieb im Rasen hängen, dann kommt ein Spieler von Lustenauer in den Ball, bleibt auch im Rasen hängen, dann kommt Didavi wieder an den Ball und der Lustenauer Spieler, ja, tackled ihn so ein bisschen weg und Didavi ist einfach wirklich enttäuscht mit der ganzen Welt und sich selber, hebt die Arme so, bleibt einfach stehen, der Spieler von Lustenau beginnt mit dem Konterspiel und Didavi denkt sich, ach ja, das ist alles scheiße hier, Mensch, jetzt muss ich da noch hinterher oder was. Und das geht halt für mich gar nicht. Also ich verstehe schon, das sind Testspiele und ich möchte das Ergebnis überhaupt nicht überbewerten, aber es sollte für mich schon ein bisschen mehr sein, als einfach so ein lockeres Auslaufen oder so. Und Tim Walter hat sich ja dazu auch geäußert und meinte, ja, wenn man das hier angeht, wie ein lockeres Training, dann kann man es auch gleich komplett bleiben lassen. Ich kann ja mal kurz die Zitate vorlesen von Tim Walter. Er meinte, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gerne verliere. Mit ein paar Dingen bin ich so nicht einverstanden. Insgesamt fehlte uns hinten und vorne die Konsequenz, sowohl im Zweikampf als auch im Torabschluss. Und genau das war es eigentlich, was mich so angekotzt hat, diese, also eben die Inkonsequenz diverser Spieler. Da kannst du fast jeden nennen. Es gibt ein paar Ausnahmen, werde ich nachher noch drauf kommen. Aber insgesamt war das einfach eine richtig schwache Vorstellung vom VfB Stuttgart und die lässt mich enttäuscht zurück und ich glaube auch viele kleine Fans. Also da waren wirklich viele Kids da, die den VfB angefeuert haben und sich, glaube ich, die Augen reiben mussten, ob das wirklich der VfB Stuttgart ist, der in die erste Liga möchte. Und ja, also da war viel, viel Luft nach oben für viele, viele Spieler. Zweites Spiel gegen Groß Asbach. Das möchte ich ein bisschen entschuldigen, weil da relativ viele Jungs dabei waren, die so vielleicht nicht in der Startelf stehen würden. Jens Kral war am Tor, Roberto Massimo lief als Rechtsverteidiger auf, Badstuber und Karasor bildeten das Innenverteidiger-Pärchen, Krötzinger auf links und dann haben es die A-Junioren beziehungsweise Nick Betzner ist ja, glaube ich, inzwischen bei der Oberliga-Truppe in die Mannschaft geschafft. Orel Mangala war wieder mit dabei, Lillian Egloff hat gespielt, Philipp Klement hat gespielt, Hamadi Al-Ghadoui und Jan Klement durften auch auflaufen. Ja, 28 Minuten hat er bekommen von Tim Walter, danach wurde David Tomic eingewechselt, der auch gute Chancen hatte. Insgesamt war das Spiel gegen Groß Asbach ja, nicht besonders gut vom VfB, aber ich habe ja gerade eben schon die ganzen Namen vorgelesen, da kann man sich auch vorstellen, dass das nicht so leicht ist. Sie hatten die Chance hier definitiv den Ausgleich zu schaffen. Ja, also ich möchte jetzt hier diesen jüngeren Spielern keinen Vorwurf machen, ja, aber ich war halt einfach enttäuscht von diesem Abend und ich glaube auch Tim Walter war etwas enttäuscht. Vielleicht nochmal ein Zitat, er meinte, wenn man so viele Torchancen hat, wie gerade am Anfang gegen Lussenau, muss man natürlich auch mehr Tore schießen. Das dann einfach, das dann einfach spielen, um zu spielen, dann können wir auch trainieren. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Also wenn du einfach nur so... Das ist der Kernsatz einfach, was man ja auch letztes Jahr schon gesagt hat, weswegen ja auch dieser Drei-Ligen-Cup, also abseits dessen, dass er halt irgendwie so einen dämlichen Namen bekommt, den man vermarkten kann, weswegen der ja auch belächelt wird, wo man dann sagt, hey, dann trainiert doch halt einfach. Da müsst ihr echt noch so ein Ding dann machen und vor allem dann nicht so. Also da muss man wirklich sagen, geht hin, ihr spielt halt gegen den Drittligisten und gegen den österreichischen Zweitligisten. Dann gewinnt es halt halt auch, aber dann kannst du halt da nicht so antreten und nicht so auftreten. Ja, vielleicht noch ein Satz von Tim Walter, den ich auch gut finde. Wir müssen mehr Aufwand betreiben. Dann kriegen wir auch die Dinge besser hin. Man muss auch mal reinhauen und nicht so halbherzig an die Sache rangehen. Man muss das Tor unbedingt machen wollen. Und dieser Satz oder diese drei Sätze, die kannst du, vier Sätze sind es, die kannst du auch direkt auf die Zweitligasaison anwenden. Ich glaube, genauso war das ja auch schon hin und wieder. Das ist ja dieses Spielen und das Spielen-Fehlens brauchen wir nicht. Wir müssen halt einen Abschluss finden. Das sagt er ja seit Anfang der Saison eigentlich. Ja, aber so konkret habe ich es jetzt von ihm noch nicht gelesen. Aber genau so würde ich das beschreiben, was uns momentan fehlt. Also warum die Spiele knapp sind, warum wir dann 0-0 gegen Aue spielen. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man spielt das so lang hin und denkt sich, irgendwann wird da schon mal ein Ball reingehen. Aber du hast nicht das Gefühl, dass man hier wirklich das Tor unbedingt machen will. Und das ärgert mich so noch ein bisschen und enttäuscht mich auch ein bisschen von der Mannschaft. Weil es sind ja genügend Leute dabei, die ja eigentlich beweisen wollen, warum sie jetzt vielleicht nicht in der zweiten Liga spielen müssten. Ja, ein Philipp Klement hätte erste Liga spielen können. Mario Gomez wird auch ein anderes Selbstverständnis haben. Es gibt, wie gesagt, Dani Djawi, Holger Bartschufer, wer auch immer. Es gibt genügend Leute, die, denke ich mal, von sich behaupten würden, ich bin kein Zweitligaspieler. Aber das möchte ich dann halt auch in konsequenten Leistungen und in einer gewissen Herangehensweise wiedererkennen. Und das fehlt mir nicht nur beim Drei-Ligen-Cup, sondern auch in der zweiten Liga. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, war das eher ein enttäuschender Auftritt, den ich jetzt nicht so hochhängen möchte. Vielleicht noch ein Erkenntnisgewinn oder was ich noch interessant fand, war, dass man gegen Lustenau zum ersten Mal mit 4-3-3 oder einem 4-3-3 gespielt hat, was ich ganz interessant fand. Ja, also das ist eine Option, glaube ich, die auch in der zweiten Liga vielleicht mal Anwendung finden könnte. Und ja, also das sah ganz gut aus, weil man die Duka und Klimovitz haben immer wieder die Positionen außen getauscht. Einmal kam Silas über links, einmal kam Matteo über links und dann halt eben der andere über rechts, Gommes vorne im Sturmzentrum und Castro, Di Davi und Förster haben ein kompaktes Mittelfeld gebildet. Das sah echt ganz gut aus, aber eben nur 20 Minuten lang und danach, ja, konnte Lustenau aufdrehen und ich schmunzel bei dieser Aussage. Was hat denn das Ticket gekostet? Habe ich ja neben mir liegen. Gut, dass ich es neben mir liegen habe. Ja, das war natürlich das Premium-Ticket Mitte, Mitte, Gegentribüne und da latzt er halt schon mal 15 Euro hin. Okay. Aber ich durfte dann in der zweiten Halbzeit auch mich hinters Tor setzen. Das habe ich ja dann gemacht. Rüber zum Großass. Freie Platzwahl in der Mechatronik-Arena. Ich wollte mir das alles angucken. Ich bin dann rübergegangen zum Großassbach-Fanblock. Das ist schon sehr interessant, weil, also ich hatte das Glück, dass direkt hinter mir pubertierende 16-Jährige saßen. Das war ein bisschen anstrengend, weil ich kenne jetzt alle neuen Schimpfwörter, die es so gibt. Also das war wirklich anstrengend und ich fand es auch ein bisschen unpassend, dass dann der Ordner, der darum geisterte, dann irgendwann auch mal mit diesen Jugendlichen abgeklatscht hat. Ich weiß nicht, das fand ich nicht so gut. Es waren ja auch ein paar Kids in der Nähe. Also das war nicht so besonders. Aber gut fand ich die Zwischenrufe, die es dann immer wieder gab. Hey, soll das erste Liga sein? Zeigt mal was und hin und her. Also das war ein sehr gut, ja, fußballaffines Publikum hat man direkt gemerkt. Also das war, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, bevor ich mir jetzt hier am Kopf und Kragen rede. Bevor du ein Reiseverbot in Großasbach bekommst. Ja, stimmt. Da muss ich in Zukunft nur drum rumfahren. Das wird schwer. Hat eigentlich Erik Hottmann gespielt? Erik Hottmann hat gespielt und ich dachte zunächst auch, dass er als Kapitän aufläuft, weil er den Wimpel des VfB Stuttgart ja zu seiner Bank gebracht hat. Normal tauschen ja immer die Kapitäne diese Wimpel aus und bringen sie dann auch zur Bank. Aber ja, dem war nicht so. Erik Hottmann war offensichtlich nur der Laufborsche für den Kapitän von Großasbach. Das habe ich falsch beobachtet. Ich habe es aber auch später auf Twitter wieder richtig gestellt. Nicht, dass man mir jetzt hier Fake News hat. Genau, mal wieder Fake News unterstellt. Gut, bevor wir jetzt ab das Spiel gegen Regensburg zu sprechen kommen, wie lange sind wir eigentlich? Schon eine Stunde? Nee, zwei. Oh, nee. Eine halbe, oder? Dann übergehe ich diesen Themenpunkt, den ich mir irritiert habe und wir kommen direkt zum das gibt es doch gar nicht. Wir kommen direkt zum Regensburg-Spiel. Holy shit. Also das hat mich jetzt echt überrascht. Ist es schon 21 Uhr? Wir haben doch wieder um sieben begonnen, Sebastian. Ja, ich habe zum Beispiel irgendwann die Uhr umgestellt oder so. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Gut, wir wollten eigentlich noch so ein kleines Zwischenfazit ziehen, aber ja, das verschieben wir jetzt einfach. Das ist einer von den berühmten Themenblöcken, den wir von Ausgabe zu Ausgabe schieben. Ja, genau. Da gibt es einige. Zum Beispiel immer noch die Q&A-Fragen vom April 2019. Wir brauchen mal wieder eine Länderspielpause. Ja, es wird mal Zeit. Gut, also Regensburg, unser nächster Gegner am kommenden Samstag. Ich glaube, 13 Uhr ist Anstoß. Man muss sich echt erst noch dran gewöhnen. Und ja, ich weiß nicht, ich frage erst mal dich, bevor ich jetzt hier loslege mit meinen Erkenntnissen. Was erwartest du dir denn von dem Spiel in Regensburg von VfB? Ein Wiedersehen mit vielen ehemaligen VfB-Spielern. Ja, klar. Die Bekannten, oder der letzte Abgang, so muss man es sagen, ist natürlich Alexander Mayer, jemals Torwart. Genau, und hat alle Spiele gemacht. Hat Notenschnitt 2,8. Also Gregor Kobel hat 2,9. Also der muss, der Mayer, relativ gut stehen im Regensburger Tor. Dann haben wir noch Marco Grüttner. Ja. Auch ehemals VfB und knipsen die Saison für Regensburg relativ zuverlässig. Ja, bärenstark bis jetzt, ja. Genau, und dann noch Max Besuchkow, auch noch, ne? Ja, auch noch jemand, der immer gefährlich ist. Also das sind so die Ex-Schwaben in Reihen von Regensburg. Wir haben ja auch einen Ex-Regensburger mit Tamadi Al-Ghadoui. Müssen wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten für den Startelf-Tipp, der nachher noch fertig wird, ja. Also ich habe folgendes herausgefunden über Regensburg. Ich habe mir in der Länderspielpause tatsächlich noch mal vier Spiele von Regensburg komplett angeschaut. Nein, echt. Da gibt es echt einen, wo es wehtut. Das ist echt drei Ligen Cup und dann noch vier Regensburg-Spiele angeguckt. Ja, aber es war wirklich interessant, weil ich Regensburg auch überhaupt nicht einschätzen konnte. Ja, ich wusste halt, okay, die haben immer ein bisschen überperformt in den letzten Jahren. Ich glaube, vor zwei Jahren Fünfter geworden, letztes Jahr Achter. Immer ein bisschen besser, als man so erwartet hätte. Und die waren vor zwei Jahren Aufsteiger, oder? Ähm, sind die, ja, da müssten wir jetzt noch mal nachgucken. Weil bei Regensburg nicht die Ligen 18-16 in der Relegation hoch sind, wo es da Stadionssitze und so geregnet hat. Also da gibt es ja solche und solche Meldungen. Jetzt habe ich uns wieder auf Glatteis geführt. Jetzt pass mal auf. Jetzt gucken wir erst mal, was hier Phase ist, bevor wir jetzt hier irgendein, jetzt kommt natürlich Werbung hier beim Kicker. So, also History habe ich eingestellt. Also wir wollen jetzt wissen, in der Saison 17-18, was passierte mit Regensburg. Die wurden Fünfter 17-18. Die sind 16-17 aufgestiegen. Ja, genau, genau, genau. 16-17 sind sie aufgestiegen, ne? Genau, in der Relegation gegen 18-60. Wenn du das so sagst, glaube ich dir das. Also jedenfalls ist 18-60 in der Spielzeit 16-17, äh, 16-ter geworden. Deswegen glaube ich, dass das ein Relegationsspiel war. Genau. Und letztes Jahr sind sie eben Achter geworden. Also in der Saison 18-19 sind sie Achter geworden. Ähm, und als Aufsteiger Fünfter zu werden, ein Jahr später, äh, dann... Und dann Achter, also im schwierigen zweiten Jahr, das ist schon erstaunlich. So, und in der Saison sieht es ja jetzt bislang, ja, gar nicht so cool aus, muss man sagen. Ähm, ja, also ich konnte sie trotzdem nicht so richtig greifen. Was mir aufgefallen ist, Regensburg ist eine Mannschaft, die sehr stark ist, wenn sie kontern kann. Dann, das ist so ihre Stärke, da können sie dann wirklich, äh, äh, ja, richtig auftrumpfen. Und sie spielen halt eben gerne diese langen Bälle, um das gegnerische Mittelfeld zu überbrücken. Das funktioniert auch ganz gut. Aber sind insgesamt sehr abhängig von Sebastian Stolze, der eine wirklich bislang hervorragende Saison spielt. Meistens kommt er, glaube ich, über rechts. Allerdings wechselt er auch immer wieder die Seiten rechts, links. Also das, 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 ja, war nicht ganz so, äh, zu erkennen, ob der jetzt eine feste Position hat, oder ob, ähm, ja, das einfach Zufall war, dass er seine starken Aktionen dann von links hat und dann wieder auf rechts gewechselt ist. Äh, auf jeden Fall hat er fünf Tore vorbereiten können, ein Tor selber erzielt. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen, für fünf Saisonspiele. Äh, und natürlich hat man vorne, du hast ihn schon angesprochen, den Ex-Stuttgarter Marco Grüttner, der bereits, äh, drei Tore schießen konnte in fünf Spielen. Also auch das ist nicht so schlecht. Äh, und ich denke mal, darauf wird es dann für unsere Abwehr ankommen, dass man sich hier nicht übertölpeln lässt. Aber insgesamt, würde ich sagen, ist, ist Regensburg wahrscheinlich ganz froh, dass der VfB kommt, weil sie genau da ihre Stärken ausspielen können, sich nämlich hinten reinstellen können und dann eben versuchen, über Konter, lange Bälle, äh, eben den starken Grüttner anzuspielen und, äh, am besten kommt die Flanke dann von Sebastian Stolze und dann wird es für uns eng. Was uns Mut machen kann, Sebastian, ist, dass Regensburg eben nicht so sattelfest in der Abwehr ist. Also sie sind eigentlich immer für einen Schnitzer gut und, äh, was taktisch ganz interessant sein könnte, sie sind anfällig bei, äh, Ecken und auch bei, ja, der klassischen Flanke. Ja, also, auch wenn wir die immer wieder verpönen und nicht so gut finden, gegen Regensburg könnte das ein ganz, ja, probates Mittel sein. Und wenn du vielleicht vorne dann so einen Brecher drin hast, wie Al-Ghadoui oder Gommes, könnte das funktionieren, weil sie bekommen relativ viele Tore eben über die Außen. Äh, das funktioniert natürlich auch, dass man dann über Außen bis an die Grundlinie geht und dann vielleicht in den Rückraum ablegt. Aber da kann man sie auf jeden Fall packen und das wird interessant zu sehen sein, wie der VfB, wie Tim Walter da die Mannschaft drauf einstellen wird, ähm, ja, ob er dann vielleicht hier schon mit einem 4-3-3 spielt. Weil wenn du viel über die Außen kommen möchtest, wäre natürlich ein 4-3-3 gar nicht so blöd, würde ich jetzt mal sagen. Also das könnte man sich vielleicht überlegen, ob das auch eine Option wäre. Ja, genau, wobei ja Borna Sosa wieder, ähm, spielberechtigt ist und der muss ja gar nicht bis zur Grundlinie gehen, um geile Flanken zu schlagen. Also der löffelt dann wieder seine Halbfeldflanken rein und dann könnte das schon reichen. Ja, er muss aber Tempo schon aufnehmen. Also das fällt auf, wenn du jetzt da wirklich so gemütlich lang hintrabst, wie es der VfB ja oft gemacht hat in den ersten Spielen, dann können sie das natürlich auch ganz gut verteidigen. Aber wenn du mit Tempo über die Flügel kommst und dann mit Flanken agierst oder eben Pässe in den Rückraum, da sind sie auf jeden Fall verwundbar. Aber gut, ich meine, wer ist das nicht, wenn du mit Tempo agierst und dann, äh, ja, einfach auch eine gewisse Qualität beim letzten Ball mitbringst, das ist halt immer gefährlich. Wie gesagt, die Defensive an sich noch nicht ganz sattelfest, obwohl Marcel Correa, Correa heißt er, glaube ich, gar nicht so schlecht bislang gespielt hat. Und ich finde, sechs Gegentore sind jetzt auch noch nicht so viel, aber es sind immer mal wieder so ein paar Schnitzer dabei, wo du dann einfach dir nur noch am Kopf festen sagst, Mensch, wie kann denn sowas passieren? Also ich glaube, sie könnten ein bisschen besser in der Tabelle dastehen, als sie es aktuell tun, ähm, wären da nicht diese, diese Unkonzentriertheiten, so möchte ich es mal sagen, in der Abwehr, ja. Genau, aber jetzt zur Einordnung, ne, also Regensburg ist Achter, ähm, haben zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren, eins unentschieden gespielt, haben vier Punkte weniger, ähm, als der VfB. Der VfB hat acht zu fünf, ähm, Treffer. Aber es war eins gegen Wien-Wiesbaden, das ist ja, also jetzt, ich möchte jetzt Wien-Wiesbaden nicht zu, äh, sehr hier in Gründen Boden reden, aber jetzt mal ganz ehrlich, also Wien-Wiesbaden wird es echt schwer haben, mehr als drei Spiele zu gewinnen. Die werden es schwer haben, ja, die werden es schwer haben, ja, ja. Ja, also. Aber trotzdem, wenn, wenn, wenn Regensburg gewinnen würde gegen den VfB, wären sie auf einen Punkt dran, also die sind jetzt noch ganz gut, ähm, da unterwegs. Absolut, ja, das stimmt. Also steht zum Beispiel ein Punkt, ähm, zwei Plätze vor, vor Nürnberg und, ähm, auch vor Hannover, ne. Ja, das Hannover-Spiel habe ich mir zum Beispiel angeguckt und das war auch sehr interessant, weil, äh, Regensburg eigentlich da nicht so große Chancen hatte, ja, und davon profitierte, dass unser alter Bekannter, ja, Ron-Robert Zieler, patzte. Und, äh, so kamen sie zu dem, ja, so kamen sie zum 1-1. Zunächst hat er erstmal einen Elfmeter gehalten, muss man sagen. Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja. Und dann hat er, äh, einmal gepatzt und dann gab es das 1-1. Aber insgesamt war Hannover da die bessere Mannschaft und, wie gesagt, gegen Wien-Wiesbaden, da musste er auch die drei Punkte holen, sorry, Wien-Wiesbaden, aber es ist halt so. Äh, von daher, ich würde sagen, sie leben aktuell von ihrer individuellen Klasse. Deswegen habe ich auch die Namen Stolze und Grüttner angesprochen. Bill Belsuschkopf ist da mit Sicherheit auch noch ein Mann, den man erwähnen muss. Man hat sich jetzt nochmal verstärkt mit Federico Palacios von Nürnberg, der ja auch, äh, ja, ein interessanter Offensivspieler ist. Bin mal gespannt, ob der dann gleich zum Einsatz kommen wird gegen Stuttgart. Aber, ja, auch da muss man aufpassen. Schneller Spieler, die tun uns ja immer nicht so ganz gut. Vor allen Dingen, wenn Holger Badstuhl bei der Innenverteidigung steht. Also, es gilt auch hier wieder sehr, sehr aufmerksam zu sein und, äh, etwas konzentrierter zu verteidigen, ja. Also, da greife ich vielleicht nochmal die Worte auf von Tim Walter. Nach dem Drei-Liegen-Cup hinten und vorne konsequenter zu Werke gehen. Denn ansonsten könnte das hier eine gefährliche Nummer werden. Aber, ja, machen wir uns nichts vor. Wir sind hier klarer Favorit in diesem Spiel. Und Regensburg konnte mich persönlich noch in keinem Saisonspiel überzeugen. Ich habe mir eine Zusammenfassung vom DFB-Pokalspiel angeschaut gegen Saarbrücken. Da sind sie ausgeschieden. Auch das war nicht besonders gut. Also, also das Ding musste gewinnen. Punkt. Das muss der erste Auswärtssieg in dieser zweiten Liga-Saison sein für uns. Da lege ich mich fest. Ja, nee. Also, es gibt ja wenige Mannschaften in der zweiten Liga, bei denen du sagen würdest, gegen die muss man nicht gewinnen. Aber natürlich musst du mit einem Kader, wie in der VfB, also in Regensburg gewinnen. Das ist ja gar keine, ähm, gar keine Frage. Und wenn ich jetzt sehe, dass, ähm, darf man schon sagen, mit Aufstiegskonkurrent Arminia Bielefeld. Also, die haben 3 zu 1 in Regensburg gewonnen. Und ich denke, der VfB sollte es ähnlich machen. Ja, es ist auch wirklich wichtig, da relativ früh zu einem Torerfolg zu kommen. Weil das Stadion kann auch ein Faktor werden. Also, das ist jetzt kein Hexenkessel oder so. Aber wenn die merken, sie halten mit und gewinnen das ein oder andere Duell in der Defensive, dann kann das so eine Eigendynamik annehmen. Ja, Aue ist dann vielleicht schon nochmal ein anderes Pflaster. Aber, weißt du, wie ich meine? Dass du halt dann, ähm, dich wirklich schon an jedem gewonnenen Zweikampf irgendwie hochziehen kannst. Ja, ja, die Stimmung halt sich dann so, ähm, so hochschaukelt und so. Klar, dann. Ja. Deswegen wäre es hier vielleicht mal gar nicht schlecht, früh zu einem Torerfolg zu kommen. Reißt euch einfach mal den ersten 20 Minuten den Arsch auf. Nicht in den letzten 30, so wie gegen Aue. Sondern, ähm, dann wirklich bitte direkt Vollgas geben und einfach mal versuchen, konsequent die Chancen zu nutzen, die man ja in jedem Spiel hat, aber reihenweise vergibt. Aber jetzt wäre es mal gerade für meine Nerven gar nicht so schlecht, wenn da früh für klare Verhältnisse gesorgt wird. Ähm, kommen wir zum Stadtelf-Tipp. Ja, ich wollte noch gerade gucken. Also, gegen Bielefeld waren im Heimspiel 9000 Zuschauer in der Kontinental-Arena. Ja, und jetzt wollte ich gerade mal gucken, wie viele Zuschauer reinpassen. Es sind, ähm, 15.000. Ja, also, ja, gegen Stuttgart wird es wahrscheinlich ausverkauft sein. Ja, aber kann man nicht irgendwann mal ein Gesetz erlassen, dass irgendwie erst, ähm, Stadien über 50.000 Zuschauern Arena genannt werden dürfen? Oder wenn dann, äh, finde ich, wenn es so kleine Stadien sind, würde ich es auch konsequent Englisch aussprechen, um es noch ein bisschen größer erscheinen zu lassen. The Continental Arena. Arena, ja. Dome, Continental. Dome, Dome, ja, irgendwie sowas halt, ne? The Continental Superdome wäre noch besser. Und dann einfach nur so, das wäre, das wäre hervorragend. So riesengroße. Und es sieht, und ich habe gerade, also, ich bin in Regensburg nicht dabei, aber es sieht von außen so ein bisschen aus wie ein Baumarkt. Einfach so riesengroße Parkplatzschilder, unzählige, äh, so Einweiser, und dann geht es irgendwie auf so einen Lidl-Parkplatz. Nee, aber es ist irgendwie so außen so rot, ähm, also es sieht aus wie ein Baumarkt. Jetzt lass uns nicht über das Stadion in Regensburg herziehen. Wir haben ja selber... Wahrscheinlich verlieren wir, verlieren wir, verlieren wir 2-1, und dann kriegen wir jetzt dann ganz viele, ähm, ähm, äh, ähm, 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 Fans. Aber ist egal, aber es sieht trotzdem aus wie ein Baumarkt, ähm, ähm, aber ich finde es trotzdem schick irgendwie. Ja, scheint ein Trend zu sein. Grüße nach Freiburg. Ähm, so, dann kommen wir zum Startelf-Tipp und lösen auf, äh, äh, den letzten Spieltag, ja, da gab es keinen Sieger, Sebastian. Ich dachte zunächst, oh, 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 das werde ich ganz gehörig verkackt haben, weil Kempf nicht gespielt hat, und, ähm, ich habe mich bei noch einem Spieler getäuscht, ich glaube, Gonzales, aber es war gar nicht so schlecht. Wir beide haben 9 von 11 Spielern richtig getippt beim letzten Spiel. Also ich denke, wenn es jetzt dann echt schlecht läuft und irgendwann wird der Tim Walter rausgeworfen, dann rufen die uns an, oder? Also ich sehe es wirklich auch so, dass wir bislang eine relativ gute Quote haben. Also hier vielleicht auch noch mal ganz kurz, 55, ähm, ja, Möglichkeiten gab es ja bislang für uns, äh, die richtige Aufstellung oder den richtigen Spieler zu benennen und 48 Mal ist mir das gelungen und 43 Mal ist es dir gelungen. Ich finde, das ist kein schlechter Wert. Nee, absolut. Und ich meine, wenn Tim Walter halt so aufgestellt hätte wie ich, dann hätten wir auch mehr Punkte. Das ist klar, ja. Also da hätten wir die Spiele gegen Aue und gegen, äh, Heidenheim natürlich Hochhaus gewonnen. Natürlich. Kannst du ja jetzt mal sagen, wie du es machen würdest gegen Regensburg? Ja, ja. Na, fang mal an. Wer steht denn zum Beispiel im Tor? Ja gut, ich meine, das ist eindeutig, ne? Ja, das war auch ein Spaß. Gregor Kobel, ich denke mal, wir sind uns einig über Rechtsverteidiger und, äh, über, über Torwart. Da braucht man nicht lange drum rumreden. Genau. Und, 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 und links, ach, sehe ich echt Borna Sosa wieder. Also, Insua war okay, aber es war halt irgendwie the good old Emiliano mit mäßigem Tempo und den üblichen Flanken von überall her und so. Also, das sehe ich Sosa dann schon vorne, wenn er jetzt wieder spielen darf. Bin ich absolut bei dir, sehe ich auch keine Alternative zu Borna Sosa. Also, Insua wird auf der Bank Platz nehmen müssen. Auch da vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Drei-Ligen-Cup. Habe ich mir auch ein bisschen mehr von ihm erhofft. Aber er spielt ja wirklich gegen Lustenau so wie gegen Bayern München. Ja, er läuft praktisch, ja, bis, bis, äh, 25 Meter vor die Grundlinie und flankt dann einfach unmotiviert rein oder zieht mal nach innen und hofft dann, dass er irgendwo eine Lücke sieht, um abziehen zu können. Das klappt manchmal, aber eben viel zu selten. Und das ist mir dann letzten Endes so wenig, was dabei rauskommt. Und er konnte, ich weiß nicht, ob das eine Chance war gegen Lustenau, aber auf jeden Fall konnte er die nicht nutzen, um sich jetzt in die Startelf zu spielen. Und gegen Bochum fand ich das jetzt auch nicht unbedingt herausragend. Von daher bin ich ja ganz bei dir. Sosa, Stenzel werden über Außen spielen. Kommen wir zur Innenverteidigung, da wird es schon interessanter. Ja, Kempf scheint wieder fit zu sein. Habe ich ja das letzte Mal schon gesagt. Und dann hat sich plötzlich irgendwas entzündet im Oberschenkel. Also deswegen sehe ich, Kempf eigentlich auf jeden Fall in der Startelf. Und ich frage mich, ob Tim Walter halt Avucas U21-Debüt oder gutes Debüt auch belohnt. Nee, aber ich glaube nicht, der wird eingewechselt. Also ich Kempf Badstuber, ist meine Innenverteidigung. Ja, du hast jetzt wirklich das Problem, dass du eigentlich Badstuber, Philipps, Avucar neben Kempf stellen könntest. Ja, absolut, das hatten wir schon mal. Also du hast vielleicht gar nicht im Sturm das Luxusproblem, sondern eher hinten. Hast mit Avucar halt jemanden, der irgendwie großes Potenzial und ein bisschen Risiko mitbringt. Und mit Philipps halt so im Grundsoliden, mit Badstuber jemanden, der im Spielaufbau vielleicht ein bisschen besser ist, aber dafür halt Geschwindigkeitsdefizite hat. Ja, schwierig. Aber ich würde sagen, Kempf Badstuber. Wobei ich den Philipps jetzt gar nicht so schnell fand. Also ich kann mich da an eine Aktion gegen Bochum erinnern, als sein Gegenspieler ihm auch relativ einfach davon gelaufen ist. Ja, der sah auch relativ hölzern aus, das stimmt schon. Ja, also Avucar kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen, wie schnell ist der und wie ist sein Stellungsspiel. Ja, ich glaube, da wird Holger Badstuber beginnen. Ja, doch, sehe ich auch so. Also da sind wir uns ja bislang einig. Bislang sind wir uns einig, ja. Aber jetzt, jetzt wird es hölzern. Ja, Mittelfeld ist nun wirklich ganz, ganz schwer vorherzusagen, weil eben mit Förster nochmal ein Spieler dazugekommen ist, der durchaus Chancen hat, direkt in die Startelf rutschen zu können. Fangen wir mal an mit der berühmt-berüchtigten Sechser-Position, die bislang von Karasor bekleidet wurde. Und ja, er war da mehr oder weniger unumstritten. Wen siehst du da? Wieder Karasor oder jemand anderes? Ja, also ich gucke mir jetzt mal die Raute im Mittelfeld gerade an. Beim Kicker fürs Spiel gegen Bochum. Und da habe ich halt Karasor mit einer 3, Castro mit einer 3, die Davi mit einer 2,5 und Tor und Klemel mit einer 2. Und wenn ich jetzt Tim Walter wäre, würde ich sagen, da habe ich eigentlich keine Veranlassung, irgendwas zu ändern. Und deswegen sage auch ich, es läuft die gleiche Raute auf. Also du schließt ein 4-3-3 komplett aus? Ja. Ja, ich eigentlich auch, sage ich gleich dazu. Also mit Silas auf einer Außenposition, okay. Dann im Zentrum Gomez oder Al-Ghadoui, aber dann fehlt mir halt der andere Außenspieler. Da wüsste ich jetzt nicht, wen ich aufstellen würde. Also Massimo ist da zu weit weg. Außerdem möchte man ja eh da jetzt das Rechtsverteidiger-Experiment durchziehen. Gonzalez sehe ich jetzt auch nicht über Außen. Den würde ich dann eher im Zentrum sehen. Aber wenn ich 4-3-3 spiele, weiß ich nicht, ob dann so ein Stürmertyp wie Gonzalez unbedingt der Zentrumspieler schlechthin oder seine Qualitäten ausspielen kann, schwer zu sagen. Also deswegen bleibe ich auch bei diesem 4-4-2. Aber im Gegensatz zu dir, ändere ich was auf der 6. Ja, ich wage mich jetzt hier aus der Deckung und sage, dass Mangala als 6er beginnen wird. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz in diese Richtung geht, die sich in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten, muss man ja fast schon sagen, angedeutet hat, weil Mangala ja eher so ein bisschen auf die offensive Position vorgeschoben werden sollte. Aber der Typ ist für diese Position einfach gemacht. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht ausnutzen sollte. Er hat eine Pressing-Resistenz. Er hat keinen anderen Spieler bei uns im Kader. Dazu kommt ja einfach die gute Passgenauigkeit. Und ich kann nicht verstehen, warum man Mangala jetzt nicht auf die 6 stellen sollte. Für mich ist er da einfach der Spieler, der da spielen muss. Und der Rest, da sehe ich es wie du, würde ich genauso wieder aufstellen. Also die Davi natürlich auf der 10. Dann Clement über links und Castro. Castro überlege ich noch, ob Förster vielleicht eine Alternative wäre über rechts. Aber ich glaube, Castro ist so wichtig für Walter. Den wird er nicht direkt opfern für einen neuen Spieler. Also ich lege mich fest, Clement, Castro und auf der 6 Mangala. Und du sagst Caruso, richtig? Okay, dann sind wir beim Sturm. Und auch da ist es ganz interessant, wem man da jetzt letzten Endes den Vorzug gibt. Ich denke mal, Nico Gonzalez dürfte gesetzt sein. Wie siehst du es da? Ja, er dürfte eigentlich gesetzt sein. Ich weiß allerdings nicht, wann er zurückkommt aus Übersee. Am Dienstag, also morgen. Also heute, wenn ihr es hört. Das reicht dann bis Samstag. Ja, und dann sehen wir dann einen Sturm, Gonzales und Waman Gituca. Das wäre mein Tipp. Silas und Gonzales. Ja, ja, ja. Wuselsturm, ja, sehe ich auch. Mensch, das wird interessant, Sebastian. Wir haben nur eine Position unterschiedlich. Karasor versus Mangala. Ja, das ist die große Frage. Wer wird da den Vorzug erhalten von Tim Walter? Ist natürlich jetzt auch so ein bisschen von mir ein kleines Risiko, muss man schon sagen, weil bei Mangala weiß ich nicht genau, wie weit er jetzt schon ist nach seiner doch relativ langen Verletzungspause, nach der Bänderdehnungsgeschichte. Ja, aber ich sehe den Mangala. Du hast ja auch ein bisschen Vorsprung auf mich. Ja, ich will den einfach spielen sehen. Weil der Meinung bin, dass Mangala auf der 6... Absolut, ich will den auch den Santi spielen sehen. Aber man muss ja auch, also... Der wird nochmal bestraft. Der sitzt auf der Bank. Ja, ich will vielleicht auch, ja. Ja, ich glaube, der wird nicht direkt in die Startelf rutschen. Und wenn, dann wäre ich sehr überrascht. Aber mal gucken. Klement hat sich da, finde ich, ganz gut gemacht in den letzten beiden Auftritten. Also gegen Auer fand ich ihn schon gut. Also gegen Bochum fand ich ihn wirklich überragend. Ja. Der Kicker gibt mir da recht, weil er der Notenbeste, also mit Gregor Kobel der Notenbeste Spieler ist. Das fand ich ziemlich gut. Also Ballgewinne, Pässe, Abschlüsse und so weiter. Das war richtig, richtig stark. Ja, und gegen Auer war es ja auch nicht schlecht. Nur da haperte es etwas am Abschluss dann. Und da hätte er ja bestimmt schon ein oder zwei Tore machen können. Also ich glaube, Clement ist da relativ fest im Sattel. Die Davi ist vielleicht auch noch so ein Kandidat, über den man mal, obwohl der macht seine Tore. Und ja, ich denke, der wird auch weiter spielen. Aber der hat mich halt wirklich von allen Spielern mit am meisten enttäuscht beim Drei-Ligen-Cup. Gerade für ihn, der hier aus der Region kommt, muss das doch was zu bedeuten haben, einmal für den VfB beim Drei-Ligen-Cup auflaufen zu dürfen. Kann man doch nicht so. Das ist halt eigentlich bedeutender als Nationalmannschaft. Also das muss ja auch gerade er wissen. Nee, aber ist ja die Frage, also wie tickt Tim Walter? Also sagt er echt, die Leistung beim Drei-Ligen-Cup, das ging halt gar nicht. Jetzt setzt er erst mal drei auf die Bank oder so. Man weiß ja noch nicht so richtig, wie er da durchgreift. Auch das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber jetzt in der bisherigen Zweitligasaison war ja die Davi auf jeden Fall ein ganz wichtiger Spieler. Ich sehe halt keinen so richtigen Kontrahenten für die Davi. Klar, Clement wäre vielleicht ein Kandidat, den du da hinstellen könntest. Das heißt vielleicht, den könntest du da hinstellen. Aber ich glaube, dass man dann für das Offensivspiel mehr einbüßen würde, als wenn man mit die Davi und Clement weiter spielt. Weißt du, also wenn ich jetzt Clement auf die Zehn stelle und dann auf links mit Santi beginne, glaube ich, dass man sich offensiv eher einschränkt. Und ja, also was bringt das? Ich finde, mit die Davi hast du definitiv jemanden dabei, der immer für einen geilen Pass gut ist, der einen guten Abschuss hat, der auch mal einen Freischuss reinmachen kann. Ja, also den würde ich, glaube ich, auch relativ sicher. Ja, also im Rückblick auf die vergangenen Spielzeiten muss man ja auch sagen, solange die Davi spielen kann und fit ist, mussten auch spielen lassen, weil es kommen garantiert noch Spiele, wo er nicht spielen kann. Also ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber das wäre ja erstaunlich, wenn er jetzt 30 Saisonspiele macht. Also bislang sieht es total gut aus, aber ja, das wäre überraschend. Ja, also wir lassen uns überraschen und wir werden natürlich nächste Woche dann über diesen Startelf-Tipp sprechen und mal schauen, wer dann die meisten Punkte einheimsen konnte. Gut, dann kommen wir noch zu so ein paar Randthemen. Zum Schluss zum Beispiel kommen wir zu einem Ex-Spieler, über den wir ganz kurz sprechen wollen, nämlich Timo Baumgartl. Der gab ein Interview und hat so ein bisschen sich ja zu seinem Wechsel zu PSW Eindhoven geäußert und die erste interessante Aussage, die er getätigt hat, Sebastian, die hat uns beide gleich mit den Ohren schallern lassen und zwar meinte er, dass er auf jeden Fall gewechselt wäre, egal ob der VfB die Liga gehalten hätte oder jetzt, wie es dann auch gekommen ist, man absteigt. Hat dich das überrascht, dass für Timo Baumgartl feststand, er wird den Verein verlassen? Ein bisschen schon. Also ich hätte gedacht, wenn der VfB die Klasse hält, dann bleibt er. Allerdings hat mich dieses Statement auch, hat ihn in meiner Wahrnehmung so ein bisschen steigen lassen. Also ich finde die Aussage total gut und ich hatte es schon gesagt im Vorgespräch, also für mich ist er so ein bisschen Timo Werner 2.0, also ein Spieler, wo man denkt, der muss einfach mal aus Stuttgart raus, um irgendwie den nächsten Step zu machen. Also entweder er packt es oder er packt es nicht, aber um das herauszufinden, muss er aus Stuttgart raus. Und das hat er jetzt mit seinem Statement nochmal untermauert, dass er auf jeden Fall mal weg wollte. Ja, Luftveränderung und neue Herausforderungen und ich meine, jetzt spielt er ja in Holland vielleicht nicht ganz so toll wie Bundesliga, aber auch der VfB spielt nicht in der ersten Bundesliga, sondern in der zweiten. Und er spielt international in der Euroleague und ist Stammspieler, glaube ich, bei PSV. Und wenn er da halt jetzt gut performt, dann wird es sicherlich auch einen Weg wieder heraus aus den Dillanten geben. Mit einem Grund, warum er den VfB verlassen hat, war mit Sicherheit auch die mangelnde Philosophie des Vereins. Es wurden viele Trainer gewechselt und da meinte er auch, ich denke, dass es für einen jungen Spieler nicht einfach ist, wenn man viele verschiedene Trainer hat. Man kann das nicht immer von einem weghalten, wenn man viele Trainer hat, weil jeder eine unterschiedliche Philosophie hat. Das hat in den letzten Jahren leider nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, dass der Verein mit dem jetzigen Trainer Konstanz reinbekommt. Ja, also das ist ja ein Thema, das hört man ja häufiger, dass diese ständigen Trainerwechsel und natürlich auch Sportdirektoren oder Vorstandwechsel ja einfach nicht gut sind, gerade für die Entwicklung einzelner Spieler, vielleicht sogar für komplette Mannschaften, siehe VfB 2. Also ich denke mal, das wird Timo Baumgartl da ähnlich gehen wie viele andere, dass es einfach kacke ist, wenn dann ein neuer Trainer kommt, der dann andere Vorstellungen hat. Und ja, bei Timo Baumgartl kann ich mir wirklich vorstellen, wir haben ja auch damals darüber gesprochen, dass so eine ganz entscheidende Phase, die war, als er nach der Gehirnerschütterung wiederkam und sich erstmal auf die Bank setzen musste. Und ein paar war, der auch nicht immer die Leistung gebracht hat, die man von ihm erwarten durfte und sich aber schon natürlich relativ früh festgelegt hat, dass er den Verein verlässt, dass er weiter den Vorzug erhalten hat. Und auf der anderen Seite wurde mit Osan Kabak ein junger Innenverteidiger verpflichtet, der dann auch, auch wegen guten Leistungen, aber plötzlich dann gesetzt war. und einem Spieler, der den Gang mitten in die zweite Liga gemacht hat und eigentlich ja immer für den VfB da war und sich den Arsch aufgerissen hat, auf die Bank verbannt hat. Ich glaube, das nagt schon so ein bisschen an Timo Baumgartl. Ich vermute... Ich glaube, wir haben es ja... Wir müssen nochmal nachhören, aber wir haben es ja, glaube ich, gesagt, dass der Transfer von Osan Kabak wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass Timo Baumgartl dann gewechselt ist. Ja, kann man sagen. Und jetzt kann man sagen, natürlich hat Kabak seine Leistung gebracht und das war auch super, aber ich meine, wie lange war der jetzt da? Ein halbes Jahr, ne? Parra auch wieder weg und die Historie von Timo Baumgartl ist bekannt. Der hatte, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber gefühlt irgendwie 123 Trainer erlebt beim VfB und der ist... Wie alt ist er? 23 oder so? Ja. Das ist eine Horrorshow wirklich. Und dass der dann irgendwann die Schnauze voll hat, ist ja völlig legitim und ich finde halt noch viel bezeichnender als das Zitat, was du jetzt genannt hast, finde ich das andere, wo er sagt, er ist ein großer Verein und es ist ein ruhiger Verein, der einen klaren Plan verfolgt und in Krisenzeiten besonnen agiert. Und jetzt denkt man sich, hat er das über den VfB gesagt? Nein, natürlich nicht. Er hat es über PSV Eindhoven gesagt, aber das ist ja genau das, was man halt gerne über den VfB hören würde und was er nicht gesagt hat, weil der Timo Baumgartl ein netter Mensch ist, er hätte eigentlich noch sagen müssen, und der VfB ist genau das Gegenteil und deswegen ist er gewechselt und den Wechsel nimmt ihn ja auch wirklich niemand krumm und man wünscht ihm nur das Beste und ja, wie gesagt, Timo Werner 2.0, der musste wechseln, um irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Ob er den jetzt wirklich macht, muss man abwarten, aber ich denke, in Eindhoven hat er alle Chancen dazu. Ja, es ist einfach schade, dass wieder ein Eigengewächs den Verein verlässt, einfach jemand, der auch für viele eine Identifikationsfigur war. Ja, er war meist noch damals bei seinen ersten Profi-Einsätzen, da das Spiel gegen Dortmund, wo er dann irgendwie dann den Fehler macht und war das dann Reus, das Tor schießt und er hinterher dann von den Fans getröstet wird. Also, Timo Baumgartel war halt schon ein Stück weit VfB-Identifikation, die jetzt weg ist, das ist ja gar keine Frage. Und das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe das ein paar Mal in der Vorbereitung gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass das Prinzip oder die Art und Weise, wie Hitzesberger, Misslintat und weiter das Ganze angegangen sind, dass die gesagt haben, die, die nicht mitziehen oder die andere Vorstellung haben, die müssen gehen, finde ich auch richtig. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man hier bei Timo Baumgartel eine Ausnahme hätte machen sollen und irgendwie versuchen hätte sollen, ihn unbedingt zu halten, aber ich glaube, dass so ein bisschen mehr Wertschätzung für so einen jungen Spieler dann manchmal mehr wert ist, als vielleicht so ein Argument, dass er Euroleague oder Champions League Quali spielen kann. Und die fehlte Timo Baumgartel klar ein Stück weit, weil, ja, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man noch groß auf ihn gesetzt hat, als er dann nach dem, was war das, Europameisterschaftsturnier, war es glaube ich, ja, U21-Europameisterschaftsturnier, zurückkam, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Spieler ist, auf dem man groß baut. Vielleicht lag es auch daran, dass er oder sein Berater schon signalisiert hat, das wird ja nichts mehr mit uns. Aber, ja, es wirkte auf mich so, dass das relativ schnell klar war, dass Kempf eine ganz entscheidende Rolle übernehmen wird beim VfB und dass man sich stark um Kaminski bemüht und Baumgartel dann keine Steine in den Weg legen wird. Und vielleicht hätte man hier auch nochmal ein Zeichen setzen können, indem man eben sagt, Timo, wir bauen auf dich, du bist für uns der Innenverteidiger Nummer 1 oder Nummer 2, wie auch immer. Und, ja, komm mit uns nochmal ein Jahr in die 2. Liga, zieh mit uns zusammen durch. Wir sind stolz auf dich, was weiß ich, was man so sagt, um einen eigenen... Um einen Ball Steine zu halten. Ja, aber ganz klar, Timo Baumgartel wäre auch der ideale Kandidat gewesen, um zu sagen, hey, du bist unser Kapitän für die 2. Liga-Saison. Das haben wir ja auch damals besprochen, Sebastian. du und Kempf, ihr seid unser Innenverteidiger, du bist Kapitän, du führst uns wieder in die 1. Liga. Vielleicht hätte er gesagt, nö, sorry, du, ich muss jetzt weg und ich will nicht 2. Liga spielen, weiß man nicht. Und man weiß, klar, wir wissen nicht, die Abfolge der Ereignisse hat er halt schon signalisiert, nö, kein Bock und geh lieber ins Ausland, ich brauche den nächsten Schritt, bla, bla, bla. Wir wissen es nicht, aber, ja, wie du sagst, es scheint jetzt auch nicht so zu sein, als hätten die VfB-Verantwortlichen sich irgendwie alle Beine ausgerissen, um Timo Baumgartel in Stuttgart zu halten. Also es waren nicht askasibarische Zustände in Stuttgart, als Timo Baumgartel den PSW-Einthaufen präsentiert hat. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir so gut wie durch. Einen Spieler möchte ich nicht unerwähnt lassen, nämlich Tassos Donis, der leise auf Instagram Goodbye gesagt hat und sich von uns, den VfB-Fans, verabschiedet hat. Er schrieb, ich möchte mich bei allen bedanken, mit denen ich in den letzten beiden Jahren zusammengearbeitet habe. Ganz besonders möchte ich mich bei meinen Mannschaftskameraden und bei den Fans, die mich immer unterstützt haben, bedanken. Es war wirklich eine schwierige Entscheidung für mich, den Verein zu verlassen, aber es ist das Beste für beide Seiten. Der VfB Stuttgart ist ein großer Verein und verdient nur das Beste. Tja, so warme Worte von Tassos Donis, dass einem fast schon so ein bisschen leid tut, dass er den Verein verlassen hat. Naja. Aber es ist das Beste für beide Seiten. Der VfB ist ein großer Verein und verdient nur das Beste. Das heißt ja, ich gehe, weil der VfB mich eigentlich, also weil ich zu schlecht bin für einen VfB oder so. Ja, klingt schon ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ja, irgendwie, ja, schade, nicht schade, weiß nicht, also ich hätte jetzt so irgendwie Flashback 4 zu 1 in München, Tassos Donis Sahne Show, da hätte ich nie gedacht, dass Tassos Donis den VfB relativ schnell so mehr oder weniger durch die Hintertür verlässt und dann erst versucht bei Genua unterzukommen und dann, dann wollen sie ihn doch nicht und dann geht er jetzt nach, wie spricht man das aus? Rhein. Ja, Rhein, Rhein, ja. Man weiß es nicht. Ah, schwierig irgendwie. Ja, das Ding ist doch, das Ding ist doch ganz einfach. Er hat jetzt hier, denke ich mal, über die sozialen Medien versucht, möglichst versöhnliches Ende zu finden mit dem VfB Stöckert und seinen Fans. Das finde ich auch in Ordnung, ob er jetzt, ja, diese Worte gewählt hat, weil ihm der Verein wirklich so sehr am Herzen liegt und die Fans, ist mir eigentlich egal. Ich finde diesen Abschied und diese letzten Worte sozusagen zu den Fans, finde ich okay. Absolut. Ja, und hätte ich jetzt von ihm aber nicht erwartet, so muss ich sagen. irgendjemand schrieb, das sind mehr Abschiedsworte als Christian Gentner irgendwie für uns übrig hatte. Zum Beispiel. Zum Beispiel. So, dann sind wir durch, wie gesagt. Letzter Hinweis ist, dass ihr natürlich weiterhin den guten Dennis bitte unterstützen könnt und zwar via GoFoundMe. Es gibt jetzt auch einen neuen Artikel. Ihr wisst noch, Dennis ist der Junge mit dem Erschöpfungssyndrom. Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber berichtet und auch auf Twitter die jeweiligen Links geteilt. Da findet ihr jetzt auch einen neuen Artikel, den wir teilen werden, der auf t-online.de erschienen ist. Da wird auch nochmal über Dennis und seine Krankheit berichtet und er braucht natürlich weiterhin eure, unsere Unterstützung. Helft ihm also und lasst das Thema Dennis einfach nicht so in Vergessenheit geraten. Sprich, man spricht ein, zwei Wochen mal darüber und danach ist das Thema wieder aus den Augen, aus dem Sinn, sondern das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen, auch hier bei STR und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie eine Kleinstspende abzudrücken, dann macht das, ihm tut es gut, ihm gibt es auch Hoffnung und ja, ich finde, das kann man versuchen irgendwie gemeinsam auf die Beine zu stellen, dass er diese Operation sich leisten kann und vielleicht haben wir Glück, alle zusammen und können mit Dennis dann im Mai 2020 den Aufstieg des VfB feiern im Stadion. Das wäre natürlich grandios, also wir drücken die Daumen und ihr könnt ihn weiter unterstützen. Der Link zu seiner GoFoundMe-Page und auch zum T-Online-Artikel, den findet ihr natürlich wieder bei uns in den Shownotes. Gut, Sebastian, das war unsere Vereinspolitik-Folge, möchte ich mal sagen. Schwerpunkt Vereinspolitik, aber natürlich auch Regensburg und der Stadtelf-Tipp kamen nicht zu kurz. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ja, viel mehr habe ich nicht zu sagen, außer danke und den Hinweis will ich natürlich auch noch loswerden, dass man dir auf Twitter folgen kann. Ed Butze ist dein Account, Ed Vertikalpass ist der wundervolle Blog von dir und vom ABC, den man natürlich auch auf Twitter kennt und findet und da werden, denke ich mal, in den nächsten Tagen dann auch wieder ein bisschen mehr Artikel erscheinen. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, da kann man jetzt nicht so viel die letzten Tage. Ja, wir waren halt im Urlaub und dann dies und das und ja, das ist schwierig halt, schwierige Zeiten, aber ja, da wird es jetzt in nächster Zeit wieder mehr geben und auch ich möchte mich noch bedanken und zwar für das tolle Feedback zur letzten Folge, weil ich war total überrascht, weil wir hatten ja dann mit dem Phil Rauscher einen total tollen Gast, aber ich saß ja da in Italien im Bungalow und wir haben es über Skype gemacht und nicht über Studiolink und da hatte ich echt schon so ein bisschen Bedenken, wie das wird zu dritt und dann irgendwie mit einem wackeligen WLAN, man kennt es aus VfB-Kreisen, aber es hat dann erstaunlich gut geklappt und eure Resonanz war total toll, was glaube ich auch daran lag, dass der Phil so ein perfekter Gast war. Das war ja wirklich eine super Folge. Ja, auch danke von mir an dieser Stelle, auch nochmal danke an Phil, war wirklich eine tolle Folge, hat viel Spaß gemacht und hat auch, denke ich mal, so ein bisschen neue Erkenntnisse gebracht, gerade in Sachen Ernährung und wie der ein oder andere Traditionsverein mit diesem Thema umgeht. So, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, holt ihr es am besten noch nach. Gut, das war es jetzt wirklich. Mich findet man auf Twitter unter EdRickyPalm und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer weiteren Ausgabe STR. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.